Das wird nicht der Beste sein. Das kann ich versichern. Ist jetzt bereits klar. Oder schon probiert? Schmeckt so ein bisschen nicht so stark wahrscheinlich. Das ist das, was wir hier so riechen die ganze Zeit. Ne, ist mir vollkommen okay. Diese Art von Ausbrüchgarten. Ich fühle meine 8 Löffel Zucker an, sonst ist es gut. Ja, der schmeckt natürlich sehr, wie soll man sagen, sehr rough, dry. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, es schmeckt so wie ein Schluck Wasser, wo eine Kaffeebohne in die Sonne gehalten wurde und der Schatten, der da drauf gefahren ist. Das ist der Geschmack. Peter Stark. Ja, jetzt ist es ja so, People, dass wir uns bereits in der Folge 26 befinden von Axel MV. Und die Musik Welt, 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 Welt. Echt? Das haben wir jetzt heute nicht gemacht. Das wäre eigentlich schön gewesen. Du musst da sowieso nochmal kommen. Es ist jetzt bereits klar, dass wir das nicht alles heute abhandeln können. Wir haben nämlich heute hier, ihr habt ihn schon gehört, den sehr geschätzten Freund und Kollegen Matthias Grosch. Und wir haben versucht, dass wir zu dritt einen Termin finden. Das hat ein bisschen länger gedauert. Was nicht nur an dir lag, aber du bist auch ein sehr vielbeschäftigter Mensch. Und die letzten Wochen waren bei dir, um das jetzt schon mal direkt auch für diejenigen, die dich wieder erwarten, doch nicht kennen sollten, deswegen sehr busy, weil du in der Post-Production von Sing Mein Song gesteckt hast. Denn du bist unser Chef, wenn man so will. Chef. Du bist der musikalische Leiter, Musical Director, Bandleader von Sing Mein Song, von uns als Band, Gorsch Eleven. Aber was hast du denn sonst gemacht in den letzten Wochen? Bevor wir jetzt ins Detail gehen, abgesehen von der Post-Production. Erstmal dankeschön für die Einladung. Danke, dass du da bist. Komm, werde ich mal gefragt. Das ist immer gut an sich, dass die Leute fragen und nicht so, oh Gott, hoffentlich fragen die nicht. Ich habe nämlich keinen Bock. Es war klar, dass wir dich irgendwann einladen, aber wir haben ganz klar überlegt, das macht ja total Sinn, wenn wir dich anlernen, dass wir auch über Sing Mein Song reden. Und jetzt ist ja die neue Staffel jetzt bereits schon so im letzten Drittel angekommen. Stimmt. Aber trotzdem können wir darüber reden. Aber was hast du, abgesehen von der Post-Production von Sing Mein Song in den letzten Wochen gemacht? Ich habe mir zu Hause ein Studio angerichtet. Ja, geil. Nach 100 Jahren. Ja, nach 100 Jahren. Geil. Bei Thomas einkaufen und alles. Nee, gar nicht. Die Resteverwertung. Ach so. Alles, was noch rumlag, habe ich quasi da gewinnt. Nee, ich habe mir einen Teppich neu gekauft. Weil das natürlich geschallert hat ohne Ende. Und ich habe da echt eine ganz schöne... Ich gucke ins Grüne. Das ist einfach... Geil. Das ist quasi nach 25 Jahren zum ersten Mal. Oder nach 20 eigentlich. Ist geil. Und dann war ich letzte Woche mit Clueso in der Nähe von Soler auf Mallorca. In so einer Finca. Und wir haben Songs geschrieben. Die beiden Herren. Und sie haben in den Pool gefallen. Gefallen. Nee, es ist ja letztendlich so, dass die Anfahrt... Erzähl mal, was alles so passiert ist. Die Anfahrt ist also... Streckenmäßig ist es von der Länge her genauso lang, wie wenn ich jetzt nach Erfurt gefahren wäre zu ihm. Aber deswegen hat er... Urzeitmäßig. Ja, zeitmäßig. Und er war schon da. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Weil er muss sowieso wieder zurück. Und dann waren wir dort. Und das war echt eine richtig schöne Zeit. Er ist ein ganz toller Musiker und Singer-Songwriter, will ich schon eigentlich nennen. Ja, absolut. Und hat wirklich... Es war eher so, dass man abends mit Energie ins Bett gefallen ist. Was ja nach solchen Sessions eher seltener ist. Aber ihr habt ja schon mal zusammengeschrieben. Genau. Außerhalb von Sing mein Song. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass ihr zusammengearbeitet habt. Und ist das dann so, dass ihr immer so Projekt war? Ihr sagt, ihr wollt einen Song schreiben einfach. Oder mehrere? Nee, einfach treffen und gucken, was passiert. Also wir haben uns im Prinzip bei Sing mein Song kennengelernt und hatten da gemerkt, dass man irgendwie auf der gleichen Wellenlänge surft und bestimmte Sachen aneinander schätzt. Und dann haben wir uns letztes Jahr eben auch schon mal getroffen. Und das war dann auch so, dass gleich ein Song dabei rauskam, der auch veröffentlicht wurde. Und jetzt ist er wieder am neuen Album schrauben, macht ein neues Album. Das heißt Piep. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Piep. 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 Und dafür hat er so ein bisschen Material gesucht. Und da war ich quasi, bin ich ihm in den Sinn gekommen. Gut. Und das war sehr schön. Also ihr habt nicht nur gegrillt? Ihr wart... Nee, wir haben grillen lassen. Wow. Okay. Nein, wir waren essen. Von Kate Hudson. Von Kate Hudson. Leben nahe nicht. Hatrio. Wollt ihr noch eine Merke? Genau. Schön. Das ist doch schön. Wir haben eigentlich hauptsächlich Kaffee getrunken. Das war irgendwie das Hauptnahrungsmittel. Was hat er denn für eine Art und Weise Kaffee zuzubereiten? Kann man das sagen? Kann man das sagen? Also er hat zu Hause, glaube ich, er hat vier von diesen äußerst komplizierten Verdampfer-Maschinen, die da so sind. Okay. Aber wir haben da so eine ganz traditionelle Bialetti-Herstellung gemacht und das war auch sehr lecker. Kann man auch unter Umständen mal... Ich habe das jetzt auch gelernt. Diese gusseisernen Dinger da, die fand ich immer so zu stark. Ist ja eher so Mokka-mäßig. Aber wenn man die aufgießt mit heißem Wasser, finde ich die ganz gut. Ja. Absolut. So kann ich damit leben. Oder halt einfach meinen Kaffee hier. Aber wir können nicht immer Kaffee reden. Was hast du gemacht? Die letzte Zeit nach uns. Wir hatten gar nicht viel Zeit zwischen dem letzten Podcast. Ich möchte jetzt über Kaffee reden. Das ist mir viel zu wenig Fumse. Du warst das letzte Mal total aufgeregt, weil du mit Tim Benzko... Stand irgendwas an mit Tim Benzko? Ja, wir haben gespielt das erste Mal. Es war mein erstes Konzert mit Tim. Auch witzig. Auch bei Sing My Song so connected irgendwie. Ja. Ist immer ganz witzig, weil er sich ja dann doch nach der Staffel entschlossen hat, wieder mit Gitarren zu spielen. Dann hast du nicht alles falsch gemacht. Ja, Ulle ja auch. Wir haben ja zusammen schön eine Gitarrenwand hingezimmert. Das, glaube ich, hat ihn wieder so ein bisschen ins rechte Licht gebracht. Auf die gute Seite der Macht. Auf die gute Seite der Macht. Auf die gute Seite der Macht. Dann hat er jetzt wieder Bock drauf, genau. Und jetzt haben wir jetzt das erste Konzert gemacht. Natürlich, also die Band ist noch sehr so fresh, ne? So wie man so, okay, wir kennen uns noch nicht so gut. Es ist alles noch so ganz neu. Wie heißt du noch mal? Wie ist dein Vornapp? Ja, genau. Was spielst du noch mal? Genau. So ungefähr, wo erstmal die ganzen Namen... Aber das war kein voller Gig, das war eine kürzere Nummer oder wie war das? Ne, es war Braunschweig so statt. Es war ein Fest der Demokratie, eine politische Kundgebung im Sinne der Demokratie. Also sehr sinnvolle Sache. Ah, das heißt Politiker waren noch da oder wie? Es war der Bürgermeister da, genau Politiker. Leute, die, wie sagt man da, also die Demokratie natürlich erstmal in den Vordergrund stellen. Oder keine Parteien oder... Das habe ich nicht so mitbekommen, ich glaube schon. Es gab eine Ansprache, eine Rede, da waren wir in Backstage von verschiedenen Menschen auf der Bühne, die dann dazu was gesagt haben. Unter anderem so eine integrative Geschichte mit behinderten Menschen, die dann selber Musik gemacht haben auf der Bühne. Total cool. Es passiert ja immer mehr, dass behinderte Menschen so integriert werden ins normale Leben. Die arbeiten dann im Supermarkt, sowas war noch da. Das war wirklich schön zu sehen und dann haben wir am Ende dann unser Set so hinten dran gehängt. Ja. Aber ich frage deswegen, weil es ja für jeden Künstler eigentlich immer so die Frage ist, stellt man sich bei einer politischen Veranstaltung irgendwo hin? Ich meine, das klingt jetzt so, als wäre das nicht für eine Partei ausschließlich, sondern es ist ja offensichtlich irgendeine demokratische... Ich meine, das war für alle demokratischen Parteien. Wahrscheinlich, ja. Und das ging ein bisschen so um Europa, ne? Eben. Und wir wählen jetzt und wir wollen das Richtige wählen. Ja, aber cool, dass der Tim sich dann auch dafür buchen lässt. Ja. Es ist ja auch nicht jeder Künstler, der sagt, ich will mich politisch irgendwo... Ins Fadenkreuz. Ja. Genau, weil es ja dann häufig auch leider mal ein Fadenkreuz ist. Das stimmt, aber wer will nicht die Demokratie in Deutschland so, ne? Da macht man nichts falsch erst mal, ne? Ja. Aber das war auf jeden Fall schön. Und dann haben wir halt danach gespielt und es war so, okay, mein erster Gig mit Tim. Klar, aufgeregt, ne? Hast du Fehler gemacht? Das letzte Thema war nämlich Fehler machen bei uns. Ja, du hast davon. Ich habe mir Notizen gemacht und was ich für das Sende. Achso. Achso. Während dem Gig. Entschuldigung. Das Schöne ist ja, dass jeder Fehler macht in der Situation. Man muss es natürlich ein bisschen verkaufen können. Macht der Tim auch Fehler? Tim, das möchte ich jetzt hier nicht. Der macht natürlich auch mal einen Fehler. Aber das ist so, dass er das als Frontmann dann halt dementsprechend verkauft und es hat auch gut gemacht. Und so, das war schön. Es ist alles gut gelaufen. Wir waren alle relativ zufrieden und dann gibt es halt so Sachen, wo man sagt, okay, cool, wir arbeiten jetzt mal Stück für Stück daran, die Sachen noch mehr zusammen zu kochen. Wie es halt immer so ist mit so einer frisch zusammengestellten Band. Aber wir sind richtig, wir haben das Ding durchgezogen und sind von der Bühne und hatten ein gutes Gefühl. Es gab halt einen Wolkenbruch dann. Also mein Setup wurde komplett nass. Nach dem Lied oder vor dem Lied? Oder während dem Lied? Beim letzten Lied. Beim letzten Lied. Und ich hatte... Wie hieß das letzte Lied? Das ist ja manchmal passend. Es war... Sag einfach ja, glaube ich. Zu Regen. Ich glaube, so hieß der Song. Ich habe noch so viele Titel im Kopf, ich kann mir den nicht merken. Aber ich glaube, der Song war es. Und es ist so eine Nummer, die immer wieder mal zu Ende ist und dann so eine Reprise kommt. Und es war wirklich so, sollen wir jetzt die Reprise noch machen? Ja, nein, es regnet. Wir müssen hier weg. Doch, wir machen noch die Reprise. Ja, und dann ging es dann noch weiter. Und mein Zeug so... Nass. Doof. Camper und so. Und nächste Woche haben wir den nächsten Gig. Und dann werde ich die Kiste aufpacken und werde sehen, ob der noch funktioniert. Also es ist wirklich... Aus Flecken entfernen. Ja, genau. Aber hast du jetzt schön auf die Heizung alles gestellt, oder wie? Nee, das kommt direkt in den Lkw in die Kiste. Oh nein! Und da wird das dann aufgepackt. Und mal gucken. Das ist ein bisschen schade. Sag jetzt nichts. Sagen Sie jetzt nichts. Das Schöne war... Also wo spielt jemand? Ich würde gerne mitfahren. Nächstes Mal gucken. Das gerne anhören. Und dann so unten stimmen. Und dann schön auslachen lassen. Wir spielen in München. Da bin ich da. Super. München wollte ich immer mal hin. Ich bin natürlich ganz wahnsinnig. Okay, jetzt wollen wir nicht noch länger... Nee, was hast du nur gemacht letzte Woche? Seitdem der letzte Podcast war... Ich habe ein bisschen Studiokram noch recorded bei mir zu Hause. Und dann habe ich mich musikalisch, politisch betätigt. Wir hatten Pro Musik, wo ich ja im Vorstand bin, war Mitgliederversammlung hier in Mannheim. Wir machen jetzt ja immer so von Stadt zu Stadt, dass wir möglichst viele Mitglieder die Möglichkeit geben, dass sie auch mal kommen können sozusagen. Das war jetzt das erste Mal in Mannheim im Musikpark. Haben die uns einen Raum zur Verfügung gestellt. Das war cool. Und im Anschluss daran bin ich mit unserer Geschäftsführerin, mit der Ella und mit dem auch Vorstandsvorsitzenden, dem Christopher Annen von Ann-Mai-Kanterreit, waren wir gestern auch in Darmstadt bei unserem Anwalt, also unserer Anwalt von Pro Musik, weil wir uns gerade so vorbereiten für Verhandlungen mit dem VUT, dem Verband unabhängiger Tonträgerhersteller, also die für die Indie-Labels usw. zuständig sind, weil die uns gebeten haben, dass wir doch gemeinsam von Verband zu Verband uns über Vergütungsregeln im Audio-Streaming, Musik-Audio-Streaming, ob wir uns da nicht mehr zusammenschließen wollen, weil da gibt es ja noch keine sinnvolle Vergütung für Leistungsrechtsinhaber, also für non-featured Artists, für Studiomusiker, für Produzenten teilweise auch, die keinen Produzentenvertrag haben usw. Da gibt es ja manchmal so komische Konstrukte und da finden jetzt so Verhandlungen statt und da haben wir uns mit dem Anwalt schon mal so brainstorming-mäßig sondiert, auf welcher juristische Ebene das alles so stattfinden kann. Das ist so ein spannender Prozess, der läuft schon seit einem halben Jahr. Aber ihr macht das öfter mal in verschiedenen Städten, so einen Treff? Das war jetzt die Mitgliederversammlung, die machen wir auch in verschiedenen Städten, aber das ist nur für Mitglieder, weil da geht es ums Eingemachte, Satzungsänderungen, da muss der Vorstand entlastet werden, Finanzen vorstellen, das ist ja ein Verein, das muss man so ganz proforma-mäßig abhandeln. Wie Bürokratie? Das ist total bürokratisch und da gibt es so ein paar, aber das ist immer, man will die Mitglieder auch informieren, was hat denn stattgefunden, weil die Mitglieder sind ja nicht überall immer dabei und die schwimmen auch in ihren eigenen Suppe und machen ihr eigenes Ding und freuen sich, dass sie Mitglied sind, aber die Versammlung wird auch mal dafür genutzt, so ein bisschen zu erzählen, was hat stattgefunden, wo haben wir eine gute Politik, was ist mit Förderung, wie viel Kohle haben wir, wie viele Mitglieder haben wir, blablabla, also solche Sachen. Das ist also nicht für die Öffentlichkeit, das ist dann immer hybrid online für die Mitglieder und in einem Ort, dass sie kommen können und danach kann man noch, weil wir im Jungenbus mit ein paar Leuten noch irgendwie was essen und trinken. Aber das, was du meinst, ist das Connect, das machen wir auch mehrfach im Jahr, das ist quasi eine Connect-Veranstaltung, ProMusik Connect, wo wir in Städte gehen und ganz bewusst die Szene ansprechen. Das nächste ist glaube ich, eins wird in Dresden oder in Erfurt sein, wir haben es schon mal in Köln gemacht, wir haben es auch schon mal in Mannheim gemacht und da laden wir quasi einfach die Szene an, kommt vorbei, es gibt ein paar freie Drinks in irgendeiner Venue, kleiner Laden, kneipenmäßig. Wir erzählen ein bisschen was über ProMusik, die Leute können uns Fragen stellen und dann kann man sich einfach austauschen. Das war zum Beispiel in Mannheim hier vor einem halben Jahr mega fett, da waren einfach irgendwie 120 Leute und man hat einfach... Allein durch die Pop-Akademie sind das und die Musikschule wahrscheinlich. Genau, wir gehen in diese Zentren natürlich rein, auch Dresden, Erfurt, wo auch kreative Szene ist irgendwie und das sind eigentlich echt tolle Gespräche, die da immer stattfinden, wenn man einfach Leute kennenlernt, die dann auch mit so Fragen kommen, sagen wir mal, was ist eigentlich mit Radioquote oder was ist eigentlich mit hier Proberaum-Alarm, wir haben keine Proberäume und das und das, also so politische Dinge und wenn sich dann ein paar Leute dazu entschließen, dass sie solidarisch werden wollen und sich anschließen wollen, Mitglied werden wollen, dann ist es zauber. Also für alle, die die Probenmusik noch nicht kennen, checkt die Webseite, es ist nämlich super, was da gerade läuft. Ihr habt unter anderem einen Gagenrechner jetzt online. Den stellen wir den Max auch mal vor, wir wollen den Lukas mal fragen, der das gemacht hat, den Gartenkompass. Super spannend. Den laden wir mal ein zum Podcast und dann wird der uns mal ein bisschen mehr erzählen. Katschen wir drüber. Aber ihr könnt auf die Webseite gucken, promusik.de oder promus? promusikverband.de. Okay. Genau. Promusik ist häufig auch so PR-Rental-Companies heißen auch häufig mal Pro-Music oder so. Es ist aber Promusik, die deutsche Musik, promusikverband.de. Ja, wir stellen den Link rein. Das habe ich gemacht. So, jetzt sind wir bei dir, Matthias. Welcome. Welcome. Jetzt musst du erst mal spielen. Ja, genau. Ich habe heute im Auto gesessen und habe überlegt, wo haben wir uns, also wir beide haben zusammen studiert. Wir haben nämlich in Mannheim Jazz studiert. Das habe ich nämlich auch überlegt. Wir kennen uns über 25 Jahre. Ist so, ne? Haben wir gleichzeitig angefangen? Hast du 98 angefangen? Ne, ich habe 2000. Du warst zwei Jahre vor mir schon da. Also dann sind wir quasi im 24. Ehejahr jetzt. Das ist ja quasi kurz vor der, was ist da? Diamanten der Hochzeit. Ja, und was mir aber auch aufgefallen ist, also ich bin nach Mannheim an die Hochschule gekommen, da warst du schon immer zugegen und man lernt sich ja dann irgendwie so zwischen Türen angeln und so weiter kennen und du hast ja Klavier, Jazz, Klavier studiert. Du warst aber damals schon genau wie ich auch eigentlich und das verbindet, finde ich, uns so ein bisschen. Man hat immer schon gemerkt, okay, du studierst jetzt hier Jazzklavier und du hast auch so Messini und so Zeug immer gecheckt und irgendwie warst am Start. Es gab aber andere Leute, die viel mehr Nerdy nur immer das eine Jazz-Ding gemacht haben und du warst schon sehr früh jemand, der die Fühle ausgestreckt hat und sich auch mal in die Pop-Ecke gewagt hat, der auch mal, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nicht so komplexe Modern-Jazz-Sachen machen wollte, sondern der dafür geguckt hat, was bewegt denn die Leute? Wo hören die Leute zu? Und wir haben dann irgendwann mal so ein Steady-Gig bekommen, wo wir so ein Elektro-Chill-Out-Ding gemeinsam gemacht haben. Das war halt, genau, mit dem Pauker zusammen. Das war herrlich. Ja, genau. Ja, genau, das war geil. Aber auch das war nicht jedermanns Sache, das hätte jetzt auch nicht jeder gemacht, so die Ecke musikalisch aufmachen. Du warst sehr früh im Studio in der Hochschule auch schon so, jemand, der da Ansprechpartner war und sich da in dem Produktionsbereich beschäftigt hat und du hast damals auch so relativ bald auch so umarrangierende Dinge getan. Ich denke an Ten and One zum Beispiel, also so ein Duo-Trio-Ding, wo ihr Popsongs umarrangiert habt und verakustikt habt irgendwie. Und du warst für mich immer jemand, der Jazz und andere Musik miteinander verbindet und sehr früh deswegen auch in die Richtung so ein Blick von oben. Wie funktioniert ein Song? Wie ist man Produzent? Und da hat man so gemerkt, wahrscheinlich jetzt im Nachhinein hast du da deine Grundsteine letztendlich gedenkt für das, was du jetzt machst. Ich würde sagen, du bist jetzt nicht der Jazz-Pianist geworden, sondern du bist einfach ein Produzent, ein Songwriter, ein Musiker geworden, der einfach so Mastermind-mäßig von oben drauf schaut und letztendlich jetzt natürlich auch wahnsinnig viele von den Dingen, die ich eben genannt habe, jetzt auch in Projekten unterbringen kannst. Also umarrangieren, Popmusik neu gestalten. Das bündelt sich in Sing mein Song so total. Das finde ich so geil, dass man das jetzt, wenn man das als Faden verfolgen will bei dir, ist das so ein bisschen, und da sehe ich so eine Schnittmenge bei uns, weil es bei mir genauso war. Du hast damals auch Rockmusik gehört. Du hast eine Grunge, oder? Ja, klar. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Eigentlich durch die Muttermilch sozusagen. Also bei uns zu Hause wurde wahnsinnig viel Schallplatte gehört. Bis 1986, das weiß ich tatsächlich noch, weil das an Weihnachten 1986 hat mein Vater uns einen CD-Player gekauft mit der Platte von Gary Moore. Wow, still got the blue steel. Nee, das war später Wild Frontier oder so ist die? Da war Out in the Fields drauf. Ja. Eine legendäre Nummer. Und dann vorher Beatles, Pink Floyd, mein Bruder war so ein Heavy-Metaller. Also das ist ja alles sehr lustige Musik im Nachhinein gewesen, die ja sehr sanft herüberkam, auch wenn Iron Maiden drauf stand. Ja. Aber ich glaube, so die Erweckung ist tatsächlich ein Moment, wo ich auf dem Teppich lag und Autos gespielt habe und mein Bruder hat Pink Floyd gehört. Und der hat in dem Moment, als irgendeine Nummer von der Dark Side of the Moon war, dass so eine Vocal-Solo-Stelle von so einer Frau ist. Und dann bin ich zu ihm und hab ihm dann... Gänsehaut. Ja, hab ihm gezeigt, was ist das? Guck, ich krieg sogar jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das machst du jetzt immer auch noch. Das mache ich jetzt immer noch. Das finde ich bei dir total geil, denn wir haben jetzt wie viele hundert Songs mit Singmann Song gemacht und wir probieren immer wieder Dinge. Du holst eine Gitarre raus, ich hol dir noch andere Flöte raus, du holst irgendeine Gitarre raus. Und man hört es sich dann an und dann sagst du immer, hier Gänsehaut, das macht was. Das bleibt drin. Das ist immer noch so ein Indikator bei dir. Ja, da kann ich mich drauf verlassen, ohne nachzudenken. Weil es halt nur, ich weiß nicht was ist, Hypothalamus oder sowas, die Glückshormone werden quasi ausgeschüttet in dem Moment und dann fühle ich mich gut damit. Und so bin ich dann zu Musik eigentlich gekommen, aber ich bin dann totaler Spätentwickler, weil ich eigentlich eher so ein Konsument war und dann auch erst mit, ich glaube mit elf, habe ich erst angefangen. Ich habe vorher so das normale Fußballspielen, da war ich wahnsinnig schlecht drin. Deswegen, wo kommen die geschlechtesten Leute immer hin? Beim Fußballspielen kommen wir ins Tor, in der Hoffnung, dass die andere Mannschaft so schlecht ist, dass keiner drauf schießt. Und danach war ich fechten, das war ich allerdings recht erfolgreich. Und da war ich dann auch bayerischer Vizemeister in meiner... Was? Ja, ja, genau. Das mit der Maske so, die ganze... Das richtig mit der Maske, Flarett fechten. Also nicht Degen, wo du da an der Seite kloppen kannst, wenn du dich dann schon so triffst und dann musst du richtig hier am Oberkörper treffen. Und das hat aber irgendwann... Da hatte ich dann so einen Trang mit Musik und da hat meine Mutter ein Jahr lang gesagt, nee. Sie hat gesagt, nee, das ist jetzt lang. Jetzt hast du Fußball nicht und jetzt machst du gerade fechten, das ist doch gut. Und dann zeige ich dich doch schon zweimal pro oder dreimal pro Woche zum Training und so. Jetzt nicht auch noch das und so. Und dann habe ich irgendwann... Da kam ich dann an und dann hatten wir so einen Musikladen und dann gab es den Herrn Klösel, dem ich immer noch sehr dankbar bin. Klösel. Herr Klösel. Herr Klösel. Herr Klösel. Wolfgang Klösel. Und der Wolfgang Klösel. Und da gab es einen Vertrag in diesem Musikladen. Das war eigentlich ein Musikladen für Instrumente, aber die hatten auch angeschlossen eine kleine Musikschule. Und dann habe ich dann meiner Mutter das so hingeschoben. Einmal gesagt, du musst ja nur unterschreiben und pro Monat 40 Mark oder sowas überweisen und dann kann ich da hingehen. Und dann haben sie es dann zugelassen und dann habe ich mich dann irgendwie so da so durchgewurschtelt und bin dann aber eigentlich erst so unter dem Radar geflogen. Und als ich dann später dann beim Abitur habe ich dann quasi bei den Feierlichkeiten habe ich dann mit einer Sängerin dann schon sozusagen nicht nur sozusagen, sondern mit einer Sängerin habe ich dann eine Performance gemacht und dann haben dann alle gesagt, hä, dieses Spitzstückes Klavier? Haben wir gar nicht mitgekriegt. Das habe ich irgendwie so im stillen Kämmerlein gemacht. Und dann, der Rest ist irgendwie so ein bisschen über Umwege. Also quasi, ich war jetzt nicht so ein klassischer Pianist, sondern ich habe mich halt immer viel mit Musikhören beschäftigt auch. Und bin dann über so eine private Musikschule in Aschaffenburg bei einem ganz tollen anderen Lehrer, Frank Hamacher. der hat dann so ein bisschen das Buch aufgemacht und dann war dann plötzlich Ach so, ach so. Ach ja, okay. Das ist dann Jazz. Ja, ja. In Aschaffenburg? In Aschaffenburg. Ehrlich? Doch, in Aschenberg. In der Future Music School. Ach so. Ja, klar. Da warst du. Da war ich auch. Vielleicht haben wir uns da sogar gesehen. Und dann bist du nach Mannheim? Dann bin ich nach Mannheim. Ich hatte quasi noch gedacht, ich komme aus Bad Kissingen. Das ist ein ziemliches Kaff am Ende oder kurz vor der Rhön oder in der Rhön. Und ich dachte halt nicht, dass meine Eltern das impliziert hätten, weil die haben mir das alles zugelassen. Aber es war so, Musik ist brotlose Kunst. Und dann dachte ich, okay, ich gehe, was gibt es denn da noch? Und dann völlig ahnungslos, ich könnte ja, weil das fand ich auch ganz geil, weil ich habe schon so Tonerfahrungen gemacht, weil ich in einem Studio war und habe da so rumgeklimpert und habe Sachen aufgenommen mit Leuten. Und ich habe gedacht, ich wäre Toningenieur. Und dann bin ich dann dahin, war allerdings halt eine richtige Hochschule gewesen, so mit Physik. Und bei dieser Hochschule musste man erst eine Aufnahmeprüfung machen für ein einjähriges Studium an der Hochschule für Musik in der Klassik. Ah, okay. Und da haben sich natürlich ein paar andere Granaten mitbeworben. Und zwar jetzt nicht despektierlich-Granaten, sondern echte Granaten. Die konnten halt richtig Klavier spielen, da hatte ich natürlich keine Chance. Und dann habe ich quasi noch ein Jahr so vor mich hingedümpelt in der Überlegung, was mache ich denn jetzt? Und mein Lehrer hat damals gesagt, du hast schon eine Begabung. Und das hat es meinen Eltern auch gesagt. Und dann haben wir die ganz normale Rutsche gemacht mit, okay, dann bewerb dich. Und wie macht man das als Musiker, wenn man an Hochschulen will, damit die Eltern auch ein bisschen befriedet sind. Man macht halt diese Reise durch Deutschland, wo man an verschiedenen Hochschulen sich bewährt. Dann hatte ich dann das Glück, dass ich quasi in Mannheim genommen wurde, weil das war dann die Hochschule an der ich genommen wurde. Aber da musst du ja schon so ein bisschen Jazzmäßig drin sein. Die Aufnahmeberufen ist ja nicht so ohne. Also nach so einer langen Zeit kann ich das sagen. Aber mein Lehrer hat damals gesagt, ich kann dir nicht beibringen, wie du Jazz spielen kannst, aber ich kann dir beibringen, wie du klingst, als würdest du Jazz spielen können. Aha. Welcher Lehrer? Das war der Frank Hamacher. Ach so, okay. Genau. Und der hat gesagt, du hast ein gutes Gefühl dafür und du musst halt einfach nur hören. Der ging immer übers Hören. Das war geil. Ich habe von dem immer noch Platten gekriegt. Da waren noch von seinem Studium so Bill Evans Platten und so Kaffeeflecken drauf und sowas. Und der hat gesagt, du hör dir das an und dann immer so langsam abspielen lassen und dann so einen Lick raushören. Ja, genau. Und das war dann ganz geil. Ja, so bin ich dann in Mannheim gelandet. Und da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich da gelandet bin. Das war schon eine Universumsvoraussicht. Ja, und dann bist du, das ist ja Mannheim für diejenigen, die das nicht kennen. Ich habe gestern noch mit den Leuten, die jetzt hier bei Pro Musik da waren, wir haben so ein bisschen über Mannheim gesprochen. Ich bin ja auch wie du erst so zugezogen sozusagen in der gleichen Zeit oder zwei Jahre später nach Mannheim gekommen. Und Mannheim ist ja auf den ersten Blick keine wunderschöne Stadt so. Und dann gibt es die Jazz-Hochschule damals, die war angegliedert an die Klassik-Hochschule. Mannheimer Klassik ist so ein bisschen eine historische Geschichte. Wir haben hier Ballett, wir haben das Nationaltheater und es gibt aber eben auch in der Zeit wurde die Popakademie gegründet. Das war ja genau kurz nachdem du angefangen hast, wurde die gegründet. Und ich glaube 2002 oder 2001 haben sie ihr Gebäude bekommen. Ja, 2002, 2003. Irgendwie so. Das heißt, das fehlte noch in Mannheim, dieser Popzweig sozusagen. Ansonsten ist, abgesehen davon, dass es in Mannheim keine Medien gibt, also kein Fernsehen gibt, ist es sonst relativ komplett, wenn man so will. Musik und Tanz und darstellende Kunst. Eigentlich total spannend. Und dadurch, dass die Amis hier in der Region auch so stationiert waren, hat die Popularmusik sich so ein bisschen in der Nachkriegszeit einfach mehr entwickelt, habe ich das Gefühl, als es in anderen Bereichen der Fall war. Und dann gab es natürlich auch die Söhne Mannheim, Selber Naidoo. Und das war auch so ein bisschen ein Bereich, in den du auch reingeraten bist. Dann nach dem Studio bist du in diesen Studiokomplex gegangen, wo auch die Söhne Mannheims drin waren. Und da hast du deine Regie drin, deinen Raum, wo jetzt auch noch Sing My Song quasi vorproduziert wird. Genau. Also das ist so bis heute die Räumlichkeiten. Die Homebase. Die Homebase, genau. Die Homebase. Und für viele andere Produzenten auch. Also das ist so ein Komplex, wo, wie viele Studios sind drin? Zehn so. Von klein bis groß, verschiedene Geschichten. Und da wird viel Popmusik geschrieben, gemacht. Und dann war, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, nämlich der Moment, dass wir beide längere Zeit nicht mehr viel Kontakt hatten. Ich war in Österreich, du warst und wir hatten dieses Elektronikprojekt, das war nur ein paar Jahre. Wir haben dann einige Jahre nicht gespielt und dann rief er mich an. Der besagte Moment. Der besagte Moment. Mittlerweile vor elf, zwölf Jahren. Zwölf Jahren. Ja, wir haben uns lange nicht gehört. Hey, wie geht's dir? Cool, alles klar. Ja, pass auf, da ist so ein Ding, so eine Fernsehsendung. Da soll so eine Fernsehsendung stattfinden. Und keiner weiß so richtig, was es ist irgendwie. Und damals war der Saviour, wenn man so will, so war mein Eindruck so cool, dass er gesagt hat, ich mach die Sendung, aber wenn, dann will ich, dass das musikalisch alles in Anführungsstrichen in unseren Händen bleibt. Und er hat quasi dich beauftragt über eine weitere Firma mit dem Michael Herberger quasi. Die haben also gesagt, wir brauchen jemanden, der eine Band zusammenstellt und eine Band leitet. Und da hast du gesagt, ja, wenn, dann machen wir es mit einer geilen großen Band, wo wir flexibel sind, mit Backing-Vocals, mit Bläsern und dass wir aus allen Wasserfarbtöpfen tupfen können. Ja, genau. Und dann hast du mich angerufen, ja, hast du nicht Bock und Bläser und so, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das wird und kein Mensch weiß, ob das jetzt irgendwie langfristig ist oder wie das finanziell wird und ob das irgendwie geil wird. Aber dein Wunsch war, so ein bisschen so eine Band zusammenzustellen, das hast du mir glaube ich gesagt, wir brauchen keine Ellbogen, wir müssen uns gut miteinander verstehen und es muss irgendwie kreativ funktionieren. Und dann kamen wir zusammen das erste Mal und du warst genau so, das war spannend, wir kannten es ja nicht alle, du warst ja dann auch für mich, ich hab dich da erst gingen lassen. Ja, genau. Und der Johannes, ja, Moschberger. Genau, die hab ich quasi auf deine Bitte mitgebracht sozusagen, aber die anderen hattest du ja ausgewählt und das hat sich ja bis auf wenige Ausnahmen, ist ja der Kern von der Band immer gleich geblieben, weil das irgendwie auch von dir schon im Vorfeld schön selektiert wurde. Wie der Gregor immer sagt, wie die Haselnüsse aus dem Hannuta. Naja, ich meine, bei dir hab ich es scheinbar nicht gesagt, aber es gab Leute, die hatte ich angerufen und hab gesagt, ich hab was vor, ich hab ein Experiment vor, ich möchte mit euch für drei Wochen ins Studio und wir dürfen uns nicht umbringen. Das hast du so nicht gesagt. Das hab ich so nicht gesagt, aber es gab Leute, denen hab ich das so gesagt. Das war quasi mein Ansatz, aber natürlich ist der Hintergrund ein anderer gewesen. Es gab verschiedene Hintergründe, es ist natürlich so, dass du dir immer, ich hab die Leute angerufen, die ich in meinem Umfeld kannte, die ich am besten fand. Mhm. Das war schon mal das Erste. Also ich hab quasi die geholt, wo ich gesagt hab, die finde ich richtig geil. Spielerisch. Und dann gab es aber noch die zweite, quasi durch den anderen Filter musste es auch noch durch, der war nämlich, dass ich gesagt hab, und die finde ich auch menschlich geil. Und mit denen kann ich mir vorstellen, dass man mit denen richtig einfach durch Ups und Downs gehen kann und so ein kleines Raumschiff irgendwie zusammen kackern kann, wo man irgendwie abhebt und irgendwo hingeht und Musik macht. Und ohne, dass jemand, also dass einfach die Summe der Teile einfach am Schluss viel mehr gibt, als quasi diese einzelnen Komponenten. Sondern dass es irgendwie, das passieren ja immer wieder, jetzt auch noch im 11. Jahr passieren Dinge, wo du denkst, okay, es ist schon schlüssig, das ist eine Gitarre und das ist Gesang und das ist ein Klavier. Aber irgendwie, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her, was wir da gemacht haben? Klar, ich hab einen Vorschlag gemacht, aber jeder von euch gibt ja immer während der Produktion sein Gewürz dazu. Es ist immer wie so ein Kochtopf und im Gegensatz zum normalen Kochen, wo viele Köche dann oft den Prei verderben, ist es so, dass es natürlich immer mit mir als Head of sozusagen, Küchenchef, aber ich lass euch schon vor an den Kochtopf und sag, werft mal rein. Oder ich sag vielleicht auch manchmal, lass erstmal ein bisschen probieren, vielleicht ist es zu viel. Oder ich sag vielleicht im Voraus, das Gewürz wird vielleicht dem Künstler nicht schmecken oder sowas. Dann lass uns das lieber, wir können es mal kurz probieren, weil das ist ja auch so ein Satz von mir, den ich hoffentlich oft genug sage, ist, lass erstmal spielen, bevor wir darüber reden. Aber das Coole ist ja, und deswegen funktioniert das auch am Ende so produktiv, dass du am Ende immer so das letzte Wort bist. Du sagst, okay, das ist deine Verantwortung, du hackst das jetzt ab. Für dich ist das okay, so wie wir es eingespielt haben und so lassen wir das Punkt, nächstes Ding. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass in so einem Haufen, dass dann irgendwann so einer da ist, der halt einfach auch das letzte Wort hat. Ohne das würde es nicht gehen, das ist ja klar. Es würde gar nicht gehen und deswegen ist es auch wichtig, dass so ein musikalischer Leiter dann am Ende so die Sache jetzt nach Hause fährt und so. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Und jetzt sind wir schon in der zwölften Staffel sind wir jetzt. Das ist eine älfte war jetzt. Die älfte war jetzt. Genau, das käme die zwölfte. Und was mich jetzt da jetzt interessieren würde, wäre, wenn du jetzt so zurück guckst. Wir hatten ja wirklich, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen zu erinnern, wir hatten ja schon einen Anfang, der so ein bisschen so, okay, wir starten mal, wir gucken, wo es hingeht. Das Schiff ist noch nicht ganz fertig gebaut, aber wir fahren mal los. Was hast du so für ein Gefühl, in welcher Art und Weise hat sich das so entwickelt? Was ist so der Prozess, der dir jetzt einfallen würde? Wir haben uns von da nach da entwickelt. Kann man das irgendwie, ich meine, das ist viel, aber kann man das irgendwie darstellen? Was fällt dir auf? Also wir hatten am Anfang natürlich die Option für uns nicht gesehen auch ein bisschen, dass wir vorher was produzieren oder was vorproduzieren oder sowas. Sondern das war ja, die erste Staffel war ja tatsächlich so, dass manchmal die Künstler, die kamen ja dahin zu uns nach St. Mannheim und ich habe irgendwas mir ausgedacht und habe es hingeschrieben und ungefähr so könnte das sein. Also ich erinnere nur, es gab quasi eine Nummer von Roger Cicero, ich atme ein. Da habe ich so ein Jazz-Arrangement geschrieben gehabt. Das haben wir dann irgendwie ein halbes Mal, also glaube ich sieben Takte gespielt. Und dann habe ich gesagt, okay, auf keinen Fall werden wir das so spielen. Das ist die schlimmste Idee, die ich seit langem hatte. Und da war natürlich in dem Moment das sehr schön, dass das schon der dritte Tag war, glaube ich damals, oder der zweite. Und Sarah Connor das Konzept auch verstanden hatte, weil das nicht jedem auch erklärt wurde. Und die, ja, da muss man halt vielleicht irgendwo anders hingehen. Da sind wir so Coldplay-Mäßchen abgewogen bei der Nummer. Musikalisch wo anders hingehen. Ja, ja, total. Also wir haben gesagt, okay, lassen wir was anderes probieren. Komplett andere Ecke. Und wir haben das gejamt. Die Nummer ist eigentlich gejamt entstanden. Ja, genau. Und da gibt es ein paar Nummern, die wir, diese Band kann das, die kann wirklich on the fly, kann diese Band auch Arrangements machen. Und das ist das, was natürlich, was ich mir gerne wünschen würde eigentlich. Manchmal, wo ich einfach sage, eigentlich müsste man jedem Künstler sagen, mindestens ein Stück, aber man kann den Zufall nicht herausfordern. Ja, genau. Da kann einer einen falschen Tag haben, kommt dahin und sagt irgendwie, hey, ich habe eine Autopanne, irgendwas blöd und er hat einfach den Kopf ganz woanders, dann kann er sich nicht für was Neues öffnen. Und noch dazu sind die Künstler mittlerweile im Laufe der letzten zehn Jahre immer noch mehr fokussierter geworden auf das, wie sie klingen wollen und so. Und deswegen ist, glaube ich, da am Anfang war so eine Offenheit eine größere. In der ersten Staffel muss man ja auch sagen, da war ein entspannter Faktor natürlich, ein spannender Faktor war, dass keiner von den Beteiligten, auch Künstlern, Protagonisten, überhaupt wusste, dass das ein Erfolg wird und dass das potenziell eine Karriere beeinflussen kann. Wenn ich überlege, wie du sagst, Sarah Connor ist da rein, die ist erst danach wieder so richtig berühmt geworden mit ihrem deutschen Ding, das hat erst danach stattgefunden. Oder Sascha, die sind einfach da hingekommen und gesagt, ja, wir können singen und das lassen wir mal machen, ganz egal. Und da sind, die haben sich Dinge getraut, die haben sich auch stilistisch Dinge getraut, die dann vielleicht schwerfallen, wenn man mittlerweile weiß, okay, das schauen Millionen Menschen. Und da wird so die Lupe drauf gehalten und das kann meine Karriere so dermaß in eine Richtung drücken. Das heißt, danach wurden die Künstler wahrscheinlich etwas bewusster damit, wie du gerade sagst. Und sie durften halt auch, also wir hatten das halt damals auch gesagt, dass wir das strikt handgemacht, also im Pop-Bereich gibt es ja eigentlich im Prinzip, wenn man das nicht weiß, es gibt ja zwei Varianten, wie man es machen kann. Wir spielen quasi nur das, was fünf Spuren, fünf Instrumentalisten spielen, fünf Instrumente oder der Keyboarder spielt vielleicht auch mal zwei Instrumente und dann war es das sozusagen. Und so ist auch diese ganze Platte. Ich glaube, da gab es einmal eine Geschichte, wo wir unbedingt einen Schellenkranz wollten und die Mädels, die Beckingsänger konnten das nicht bedienen in dem Moment, weil die so viel zu singen hatten und das dann alles auf den Mikros auf wäre. Dann haben wir das mal von Band kommen lassen. Und die Popmusik als solche ist ja jetzt mittlerweile so, dass da ja Keyboardspuren laufen, bevor die Band anfängt zu spielen, was jetzt nichts Schlechtes ist. Das ist ja eine Produktionsweise. Es ist auch eine, sag ich mal, das ist der Wandel der Zeit auch, der musikalische Wandel. Also das heißt, wenn man wieder mal sowas macht wie nur ganz wenig Instrumente, merkt man erst als Band auch, dann sieht man manchmal da nicht so, es macht so Spaß zu spielen, weil man einfach nicht mehr dieses Diktat hat von irgendwas, was vom Band kommt, was dazukommt, was absolut okay ist, was das Ganze auch schön und groß macht und emotional. Und das ist aber in dem Moment, kann das auch so ein bisschen befremdlich wirken, in dem Moment so. Huch, das klingt aber jetzt ein bisschen gar nicht so groß und gar nicht so ausproduziert. Und deswegen gehen die Leute eigentlich meistens den Weg, dass wir uns vorher treffen. Deine Frage war ja eigentlich, was ist der Wandel? Der Wandel ist eigentlich, was ich geändert habe, ist, dass wir von sehr handgemacht, relativ schnell zu schon viel produzieren sozusagen. Also ich treffe mich mit den Leuten ja vorher auch, überlegen uns schon ein paar Sachen und dann mache ich im Prinzip einen Hybrid von mal mehr Band, mal ein bisschen mehr Produktion hintendran, weil es einfach natürlich gar nicht darstellbar ist, was man musikalisch sagen möchte. Weil der Künstler als solcher hat ja vielleicht eine Vision, wo er sagt, ich denke an Großstadt, ich denke an dieses und jenes. Und da sagst du ja, ich habe eine Ukulele, da kann ich jetzt die Großstadt jetzt nicht so mit bedienen. Und dann kommt halt was, was halt vorher schon oder was von Keyboards kommt oder sowas. Also ich finde auch nochmal, dass sich in diesen elf Jahren auch soundmäßig, das eine ist natürlich, es läuft vielleicht ab und zu mal ein produzierter Teil mit. Trotzdem spielen wir ja dann aber live in Südafrika und das Zeug, was man im Fernsehen oder auf der CD nachher hört. Das ist ja immer der Take, der da auch während die Kamera läuft stattgefunden hat. Das ist ein Live-Konzert. Das ist eigentlich ein Live-Ding, da laufen ein paar Keyboard-Spulen mit und so weiter oder mal, wie du sagst, ein Shaker oder irgendwas. Aber ich finde auch, dass sich der Sound, der Produktions-Sound, der Mix, da hat sich auch unglaublich viel getan. Wenn man noch die ersten zwei, drei Jahre anguckt, da war das alles noch sehr live-ig gefühlt. Also eine Roughness gehabt. Eine Roughness, genau. Auch so dieses, was man als Zuschauer, als Musiker, ich meine, wir haben ja hier ein großes Musikerpublikum, Nahbesprechungseffekt von einem Sänger. Wenn man sieht, okay, dann klingt das nicht mehr so, wenn das Mikro irgendwie zehn Zentimeter weiter weg ist. Mittlerweile sind die Jungs, die nachher Post machen, den Mix machen, das ist alles so unfassbar auf einem hohen Level, dass die Produktion so krass klingt, als sei es fast nicht mehr live. Also dieses, als Auge, wenn man das noch, wenn man so wie wir die 90er Jahre noch kennt oder noch weit weiter zurück, wo das alles total rough war, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Da findet natürlich Isotope statt, es findet starke Kompressionen, Dynamische, EQs und so Zeug statt, wo du einfach nachher schon denkst, boah krass, das ist aber eigentlich wie eine Studioproduktion. Aber es ist tatsächlich das Live-Ding und da hat sich natürlich in den Jahren auch technisch einfach viel getan. Total. Und man muss auch sagen, wir haben natürlich auch dazugelernt, das heißt, wir leiten die Künstler auch manchmal noch an, auch wenn das natürlich alles alte Hasen sind im Showgeschäft, haben die auch manchmal eine Technik, eine Mikrofontechnik, die vielleicht jetzt hier und dort nicht ganz so zuträglich für eine Aufnahme ist. Und dann machen wir sie nochmal darauf aufmerksam, hey, bleibt ein bisschen dran, bleibt dran mit dem Mikrofon. Ja, aber ich erinnere mich, dass es so viele Sachen gibt, die technisch irgendwie so nicht so einfach sind an so einem Set. Erstens Wind, die Overheard-Mikrofone auf dem Schlagzeug. Hat mir dieses Jahr ja wahnsinnig viel, man hört das auf der Internet, gerade in der ersten Folge oder sowas, da macht es plötzlich am Schluss, du denkst dir, was rumpelt denn da so, es ist halt einfach, auf jedem Mikrofon ist halt Tiere, man sieht das dann an den Frisuren von Leuten. Ich erinnere mich an die erste Folge, es war Sturm, die Bäume stehen. Das war Wahnsinn, wir hatten noch nie so einen Wind. Nee, die haben sogar das eine Licht nicht angemacht oder den Kran nicht aufgebaut, weil der Kran so viele Geräusche gemacht hätte, durch den Wind, der quasi dagegen bläst, das hätte dann gepfiffen. Und wenn der Wind dann weg war, kommen die Grillen wieder, ne? Die kommen auch nicht weg in die Tür. Die sind ja immer drauf, was aber auch irgendwie seinen Charme hat, ne? Irgendwie finde ich das schön. Und dann hat man ja, dann hatten wir mal Vögel, die ans Set kamen. Das war sehr gut. So ein Pfeif-Dinges da drin. Also es kommen immer Sachen dazu, die, erstens sind wir in Afrika, ne? Es ist ja dann schon auch so ein bisschen Wildnis, dann kommen irgendwelche Viecher geflogen. Fledermäuse. Die sind ja sehr leise von Natur aus. Ja, Ultraschall, so hoch kommen wir, glaube ich, nicht im Frequenzbereich. Aber trotzdem, so viele Sachen hat man im Laufe der Jahre dann plötzlich so im Hinterkopf oder gelernt, gerade von den Technikern, die, wenn man jetzt so frisch hinkommen würde, erstmal gar nicht überblicken könnte. Allein, was du für Pick-up nimmst. Genau. Weil in der Probe ja noch alles gut funktioniert, aber du mittlerweile bestimmte Pick-ups ja vermeidest. Weil abends das Licht, also es sind so Lichtleiter da überall drin, oder nicht Lichtleiter, sondern es ist immer, wenn, das Licht macht oft Probleme, Einstreuungen. Wobei das da, ja doch, da hat man es ein bisschen gemerkt. In Elmau war es ein bisschen schlimmer. Ja, genau. Gedimmtes Licht ist immer so das Thema, da freue ich mich dann Single-Calls sehr, sehr. Genau. Aber da ist eher so die Feuchtigkeit, die für Gitarren schwierig ist oder für das Spielgefühl natürlich. Ja. Klar, Keywords liegen dann auch unter Wasser so. Ich habe mir jetzt fürs nächste Jahr eine Plastikblöte gekauft. Bei der Wasserdichte. Nein, nicht wegen Wasser, sondern wegen Intonation, weil die sich nicht verstimmt. Ach so. Weil das Problem ist, wenn du in einem Metall, also die Flöten sind ja aus Neusilber versilbert, also die Querflöten. Das ist, wenn du reinbläst, wird es warm. Genau, die steht halt rum, während wir die Show drehen und es ist irgendwie, wie viele haben wir, 13, 14 Grad oder noch kälter. Und dann, one, two, three, four, bath, oh no. Wow. Aber müsstest du die nicht einfach hinten in so ein Humidor stellen? Das gibt es doch in diesem Ressort, so ein Humidor für so Zigarren. Ja, genau. Wir haben ja schon diese Lüftungslöcher und ich stecke da schon immer die Flöte so knietief rein, weil da warme Luft rauskommt, damit die halbwegs warm wird. Aber sobald die Nummer steht, du kannst ja während des Spielens kaum nachstimmen. Geil, eine Plastikflöte. Und diese Plastikflöte, die klingt super gut, also die ist auch relativ hochwertig. Und die wird einfach, die verstimmt sich einfach nicht, egal ob heiß oder kalt. Okay. Weil es war dieses Staffel. Ja, ich bin total gespannt, wie es dann wird, aber ich habe die jetzt schon auch im Studio mal eingesetzt, weil das war echt immer so, oh no, ich kann jetzt nichts mehr ändern. Ich kann nicht mehr in die Kugel aufreißen, ob wir eine Plastikgitarre bauen können. Gibt es ja auch alles schon. Aber wir haben ja gehört, das ist quasi, du müsstest ja nur hinten, irgendwie hat auch einer von den Technikern immer gesagt, du müsstest dir nur so eine dicke Eisenblatte hinten hin machen, dann wäre es abgeschämt. Ach so, wegen einer Abschämung. Ach so, okay. Aber das ist die Gitarre halt dann vier Kilo schwerer, was dann doppelt so schwer ist. Mist, geht nicht. Aber so gegen Wassergeschichten, so von wegen Holz taugt Wasser auf, Gitarre verändert sich und so. Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil du das eben so ganz kurz angesprochen hast, für die Leute, die das jetzt, wir haben es irgendwann schon mal erwähnt, aber dein Ding oder deine Aufgabe, du bist ein Bandleader, du hast eben kurz erwähnt, du triffst dich vorher mit den Künstlern, das ist schon immer so gewesen, ihr macht mal aus Tonarten und in dem Fall jetzt, weil du sagst, gibt es schon konkrete... Wird schon grobe, die grobe Richtung wird ins Holz gemeißelt. Wir wollen, was weiß ich, For the Floor, Ballade, Jazz, Nummer, whatever, das macht ihr vorher klar. Genau. Und wir kommen erst dann später dazu, wenn es dann wirklich losgeht in einem Vorproduktionszeitraum und dann sitzen wir zusammen und du sagst hier, das ist die Idee, wo es hingehen kann. Und manchmal bleibt da viel von übrig und manchmal wird da ganz viel davon weggeschmissen. Das ist glaube ich, dazwischen bewegt sich es eigentlich, dass man sagt, okay, hier guck mal, ich habe was für die Bläser als Vorschlag. Und dann sagt ihr, das ist prinzipiell, wäre es eine gute Idee gewesen, wenn hinten dran nicht das Keyword auch so laut spielt, weil, das habe ich neulich in Artikel übrigens drüber gelesen, dass die Brass quasi und das Keyword quasi, warum das, also, dass es eine Problematik ist, dass es eine Problematik ist, diese Profit-Sounds und die Bläser-Sounds, aber das natürlich auch eine Chance sein kann. Aber nichtsdestotrotz, also im Prinzip kriegt jeder was gezeigt, manchmal stehen Noten da, die halt ganz konkret auch sind und wo ich dann einfach sage, das würde ich auch drauf Wert legen und manchmal stehen einfach nur Akkorde da. Dann sage ich, jetzt hätte ich gerne den Markus-Mojo oder den Axel-Mojo oder den Keller-Mojo, weil Keller heißt bei uns, die Bläser sind im Keller. Die Kellerkinder. Die Kellerkinder, weil die ganz weit weg von uns sind, weil die eigentlich das Lauteste wären. Also Bläser sind lauter als ein Schlagzeug. Nimm mal so, liebe Kinder. Physik. Physik, genau. Und deswegen, das ist immer der Startpunkt. Also es gibt einfach manchmal Dinge, die funktionieren auch schon super und manchmal ist es so, dass man sagt, da habe ich jetzt irgendwie Bauchweh und da ist es aber auch so, dass ich mich dann immer eigentlich zurücklehnen kann. Also natürlich habe ich immer Bauchweh, weil ich denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie wird das denn jetzt? Aber ich weiß, dass die grundsätzliche Idee, die da ist, ist schon gut. Gut, aber, und jetzt kommen wir wieder zu den verschiedenen Teilen, die dann mehr geben als nur die Summe davon und da wird dann wild gekocht. Aber war das nicht total spannend für dich, als du das erste Mal bei der ersten Staffel, du hast ja eine Partitur da, du hast eigentlich ein Riesenorchester zusammen, notiert, wenn man so will, dass dann das erste Mal, wie war der erste Moment, als du das erste Mal gehört hast, okay, meine Idee wird hier gerade von echten Musikern gespielt, das muss doch krass sein. Ja, das habe ich natürlich durchs Studium schon ein bisschen gehabt vorher. Okay, okay, ja klar. Also es war jetzt so, dass ich, aber es war natürlich so, dass ich das noch nie so gemacht habe, dass es in Top-Kontext, wo es auch zählt, sag ich jetzt mal, so viele Menschen quasi gerade bezahlt werden dafür, meinen geistigen Erguss quasi jetzt von sich zu geben. Und da gab es ein paar Sachen, die hammermäßig gut funktioniert haben und wie auch schon die eine Nummer, die benannte, noch gar nicht funktioniert haben. Aber ich weiß noch, dass ich da wahnsinnig viel da gehockt habe und geschrieben habe, auch mit dem Konrad Hinsgren zusammen, der unser Notenschreiber ist und auch dann Sachen mit schreibt sozusagen auch und Sachen mitmacht, dass wir da saßen und einfach stundenlang rumgejammt haben. Also man kann das, die erste Staffel kann man zeitlich nicht in Worte fassen. Wie viel Vorbereitung es vorher war für dich? Ich glaube, ich habe ein Jahr, das singe meinen Song, wenn du das zusammennimmst an Arbeitszeit. Es hat natürlich nicht ein Jahr gearbeitet, aber wir haben einfach Tag und Nacht da gesessen, auch wenn man das jetzt bei den Dingern gar nicht so gehört, aber wir haben uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht und das, was du schon gesagt hast, ich hatte halt vorhin ein Projekt, wo ich so Popsachen total verwurstet habe und da hatte ich schon so 50 bis 60 Arrangements auf dem Buckel, wo ich halt das, was ich in der Hochschule gelernt habe, eben Jazz, also ich habe im Prinzip eine Melodie und was kann man dann darunter für Akkorde machen und ungefähr welche Stilrichtung. Und da durfte ich das dann schon mal ausprobieren. Das heißt, I was trained for that. Und da bin ich dann da hingekommen und dachte mir so, okay, alles klar, wir können da ganz wilde Akkorde machen und wenn man sich auch, wer da mal Lust drauf hat, von den Musikern sich die erste Staffel anzuhören, da sind echt krasse Sachen drin. Also weil das natürlich viel offener war, weil das halt nicht diesen Pop-Kontext hatte, sondern ich würde immer sagen, es ist schon fast Jazz hier und dort. Man merkt es nur nicht, aber es ist Jazz. Also es gibt ein paar Nummern von gerade so die, immer so Richtung letzter Chorus, wo ich dann, und jetzt merkt es keiner mehr, bis dahin sind wir gekommen und jetzt, ich gucke mal, was ich für Akkorde noch so auspacken kann. Also irgendwann hat mal jemand gesagt, spaßeshalber quasi mein Spitzname, der Reharmonisator sozusagen und der wurde dann ausgepackt und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich sitze dann da, ich kriege Gänsehaut beim Spielen und denke mir so, das ist zwar total Jazz, aber ich kriege gerade Gänsehaut. Irgendjemand muss es auch berühren. Aber das ist ja wie in dem Rigby Arthur Video, wo Sting interviewt wurde, wo er gesagt hat, Musik ist für ihn Überraschung. Und das versuchen wir auch immer so ein bisschen. Wir merken, okay, bei uns hat halt jeder auch so ein bisschen Fühler, jeder in der Band ist irgendwie ein Nerd auf seine Art und Weise, der dann merkt so, ja, es ist cool, aber für mich funktioniert die Stelle noch nicht. Es passiert immer wieder, dass plötzlich so eine Antenne hochgeht und jemand... Und ihr das dann auch raushaut. Und ich dann merke, okay, alles klar, irgendwas, ich bin gerade voll auf dem Holzweg. Und dann zum Beispiel, was ja auch vielleicht ungewöhnlich ist, ist das quasi aus dem Keller von Axel kommt zum Beispiel total oft, Leute, das ist eine geile Nummer, aber funktioniert überhaupt nicht gerade. Also ich als Pop-Zuhörer würde jetzt sagen, ich verstehe gar nicht, was ihr jetzt gerade wollt. An irgendeiner Stelle seid ihr jetzt gerade von den letzten 30 Minuten falsch abgebogen. Oder, und das ist natürlich, das ist das wichtigste Feedback, was man hat, da kann man sich auch super drauf verlassen. Oder du sagst halt, ja, das ist jetzt irgendwie ganz okay, aber ich habe da so eine Idee. Und man merkt bei dir immer, wie du dann vor dich hinkochst. Für mich ist es halt immer so, entweder ich spüre es halt, also für mich ist es halt so, wo kann ich die Nummer emotional knacken? Das ist für mich das Hauptding. Wenn es für mich emotional nichts macht, dann ist es für mich schon mal, dann kann ich sagen, okay, die ist handwerklich gut gemacht, die Nummer, vielleicht funktioniert sie für jemanden anders und ich verstehe es nur nicht, okay. Aber ich werde mich dann immer, ich kriege immer so schlechte Laune, also so schlechte Laune in Anführungsstrichen, so, dass ich merke, ich kriege die Nummer emotional nicht. Und manchmal sagt ihr dann ja auch so, ja, aber MV, das ist cool so, das ist halt jetzt einfach so gewöhnlich dran, so ein bisschen vielleicht, und dann ist es auch cool, wo ich dann auch dann sage so, okay, vielleicht muss ich einfach, vielleicht checke ich den Style nicht, okay, gut, alles klar. Aber trotzdem ist es für mich immer so, ich muss die für mich emotional irgendwie kriegen. Aber es passiert ja eigentlich manchmal, dass du, dass du manchmal in, wir proben ja dann quasi im Januar einen Monat lang und haben ja aber eigentlich diese Nummer, diese eine Nummer, die du dann vielleicht sagst, okay, ich habe es jetzt für mich emotional, habe ich jetzt keinen Zugang gefunden. Und dann spielst du sie ja erst wieder eineinhalb Monate später in Südafrika und dann probst du sie an dem Nachmittag einmal und das passiert jetzt manchmal, dass du dastehst und denkst dir so, ah krass, stimmt, funktioniert ja doch. Das ist auf jeden Fall schon passiert, ja, das kenne ich auch, den Moment kenne ich auch total. Auf jeden Fall. Das kenne ich mir nämlich auch so. Tatsächlich sind es oft Sachen, wo ich dann sage, das hat jetzt überhaupt nicht hingehauen. Ich arbeite nie. Und dann bist du da und denkst du so, voll geil. Aber es gibt ja noch, wir reden jetzt immer so schön über unsere Emotionen, wie wir versuchen uns einzubringen. Das ist natürlich in deinem Fall auch total wichtig, weil du ja eben der MD bist. Aber ich finde, es gibt noch zwei, drei weitere Faktoren, die speziell in so einer Situation, da gibt es ja nicht so viele, muss man sagen, dass man eine Fernsehproduktion macht, wo viele Künstler dabei sind, die ihre eigene Vorstellung haben. Da sind Managements dabei, da sind Plattenfirmen, die auch Interessen haben. Da ist eine Band, die du gerne abholen möchtest, da ist ein eigener Geschmack, den du gerne abholen möchtest. Und dann gibt es aber noch zwei Dinge, und zwar einmal die Dramaturgie eines Abends. Also da finden sieben Lieder an einem Abend statt. Und wenn du jetzt dich einfach nur treiben lässt, geil, dann sind da plötzlich nur sieben Balladen am Start. Das heißt, du musst auch irgendwie hinkriegen, dass zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal der Peter-Maffay-Abend, der jetzt kürzlich, oder jeder Abend für sich selbst, dass der abwechslungsreich ist. Das heißt, man muss auch einem Künstler mal sagen, du, wir haben schon vier Balladen. Dann, das wäre ja geil, wenn du mal eine Metal-Nummer machen würdest. Und die nächste Instanz ist ja auch immer noch dann die Redaktion, der Produktionsfirma oder der Sender, die auch noch sagen, ey Leute, da war jetzt aber viel Jazz drin, das können wir so nicht machen. Das heißt, es sind so viele Instanzen, die du ja eigentlich immer mitbedenken musst. Und das ist ja ganz viel Psychologie, ganz viel auf das eigene Ego weglassen. Gibt es da für dich eine Chronologie, wo du sagst, ich mache erst mal den Künstler happy, oder ich mache erst mal mich happy, dann den Künstler. Und wenn dann der Sender es noch geil findet, bin ich happy. Wenn der Sender es scheiß findet, ist es mir jetzt egal? Oder wie gehst du da ran? Weil das ist, du musst ja unglaublich viele Geschmäcker besänftigen letztendlich. Ich glaube, ich habe mir im Laufe der Jahre immer weniger Gedanken gemacht. Ich habe mir mehr Gedanken gemacht quasi so, in der ersten Staffel habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. In der zweiten, da habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Die ist auch, finde ich auch sehr gut. Es ist aber eher so gewesen, dass ich, ich habe mir irgendwann einen totalen Kopf gemacht und dann gesagt, ich muss schon vorher und habe mir Listen gemacht und so. Wahnsinnig viel Listen und dann Blau und Grün gefärbt und was ist so, damit es, wenn es Rot ist, quasi heiß ist, quasi war dann für mich, da geht es quasi heiß her und Blau ist eher so oder Purpur, dann wird es eher ein bisschen balladig und so. Und das Erste, was passiert ist, du kannst dem Künstler als solches, der macht sich wahnsinnig viele Gedanken, weil er gesagt bekommt, ich darf bei Singen meinen Song mitmachen. Und dann trifft man sich ja auch mit dem vorher, beziehungsweise bespricht Sachen und sagt ihm eigentlich, du kannst machen, was du willst. Solange du danach das Gefühl hast, du fühlst dich gut vertreten. Also du bist auf jeden Fall danach gut dargestellt. Das ist ja das Wichtigste eigentlich, dass der Künstler danach sagt, hey, ich war bei Singen meinen Song und die Leute haben mich da ein bisschen kennenlernen können, so wie ich bin. Und das möchte ich ganz gerne. Und vielleicht ist der Künstler einer, der nur Rockmusik macht und der aber eigentlich total Bock hat, tausend andere Sachen zu machen. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich einen Künstler, der sagt, ich möchte genau das machen, was ich immer mache. Das ist das andere. Und die machen sich mal einen Riesenkopf erstmal dafür. Und dann kommt quasi der erste Filter, nämlich ich, wenn sie es mir erzählen und wir da so ein bisschen anfangen. Und ich sage halt dann eigentlich immer was ähnliches, dass sie sich vorstellen müssen, dass es ein Live-Konzert ist und dass sie sich überlegen müssen, dass sie irgendeine Emotion erzeugen sollten, die weg ist vom Technischen. Also nicht irgendwie, ich kann das jetzt machen, wenn die und die Technik funktioniert, wenn das und das gegeben ist oder sowas. Und wenn jetzt von da und da die und die, der Beat kommt oder sowas. Das ist zu kompliziert gedacht, sondern man muss eher sagen, okay, es gibt einen Text, der hat eine Aussage und was gibt es denn? Und dann sagen die ja manchmal, ich habe mir gedacht, das würde ich gerne schneller machen, und das würde ich gerne langsamer machen. Oder sie kommen mit ganz viel an, haben sogar schon eine Demo gemacht oder sowas. Und deswegen habe ich eigentlich irgendwann mal, ich habe da so losgelassen und habe aber eigentlich gemerkt, dass wenn ich bei jedem Künstler einen guten Durchschnitt habe, sage ich mal, dass ich sage, okay, der hat jetzt mal so ein, zwei überladen und der Rest tummelt sich irgendwo drüber. Dann kommt man ganz gut durch den Abend durch. Und du kannst ja dann aber auch dem Sender gegenüber, also das ist ja so, wir sind mit den Künstlern im Studio, du warst kurz vorher da, dann sind wir diesen Monat im Studio und da entstehen die Dinge. Und da haben die anderen Menschen, die die Sendung produzieren, also die Redaktionen und sowas, die kriegen davon erstmal noch nicht so richtig viel mit, sondern die kriegen eigentlich erst das finale Probeergebnis sozusagen vorgesetzt. Die verlassen sich darauf nach diesen vielen Jahren? Das wollte ich gerade sagen. Über die Jahre ist es so entstanden, so nehme ich das wahr, dass man mittlerweile dir vertraut und sagt, du holst die Künstler ab. Das, was du gerade beschreibst, wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, du musst jetzt aber eine humorvolle Nummer machen oder du musst jetzt eine Metal-Nummer machen, weil der Sender das wünscht. Sondern eigentlich habe ich das Gefühl, dass bei dir einfach mittlerweile so ein Vertrauen seitens des Senders herrscht, dass die einfach sagen, ihr habt das cool gemacht und wenn der Künstler sich wohlfühlt und du das abgesegnet hast, dann wird das schon irgendwie funktionieren später. Weil ich nehme das nämlich auch so wahr, dass da so eine Entspanntheit entstanden ist in den letzten Jahren, dass wir, wenn wir rausgehen an dem Tag und die neue Session wird für den neuen Song eröffnet, dass du so gesagt hast, hey, das war jetzt cool, das lassen wir jetzt so und vielleicht gibt es hier und da eine Mini-Änderung nachher, aber es ist nicht mehr so, dass so ein riesen Fragezeichen über allem noch schwebt, so keine Ahnung, wie das wird, sondern irgendwie verlassen alle den Raum und sagen, da freuen wir uns drauf, dass wir in einem Monat oder eineinhalb Monate später das endlich jetzt live präsentieren dürfen. Und das sind ja auch dann die schönen Momente, wenn man sich da wieder sieht in Afrika und dann funktioniert das auch für den Künstler und den Eindruck habe ich auch irgendwie. Aber jetzt, das ist der Prozess und was passiert danach, weil das kriegen die Leute ja überhaupt nicht mit. Also wenn wir in Südafrika gewesen sind. Wir waren in Südafrika, die Festplatten sind voll. Ja, die Festplatten sind voll. Wir machen noch Urlaub, du musst immer nach Hause fliegen. Ich muss nach Hause fliegen, genau. Ich fliege seit elf Jahren nach Hause. Ich bin dann zu Hause und habe dieses wunderbare Team mit dem Benedikt Meile und dem Dennis Koppatsch. Also Dennis Koppatsch ist unser Head of Sound sozusagen. Also es gibt einen Produktionsleiter, der ist über allem sozusagen, der sorgt dafür, dass alles ankommt, wo es hin soll und wenn es Probleme gibt in der Verkabelung, mithilft. Dann gibt es aber den Head of Sound, das ist Dennis Koppatsch. Und dann gibt es noch im Prinzip den Head of Production, was den Sound angeht. Das ist dann eigentlich, das ist nicht nur eigentlich, das ist der Benedikt Meile. Und dann gibt es noch den Tobias Fahn und die sind die Mischer dann von dem Album. Tobias Fahn mischt Benedikt Meile und dann eben auch der Dennis Koppatsch. Weil Dennis Koppatsch ist nicht nur ein super Head of Sound, sondern er ist auch ein super Mischer. Weil wir so viele Titel haben. Wir haben 50 Titel. Wir haben 60 Titel. 60 Titel, warum 60 Titel? Ach, Duette. Wir spielen ja die Duette. Ach so, ja klar. Also dieses Jahr waren 60, weil wir beim Peter Maff ja auch noch mehr gespielt haben. Ja, zum Mischen sind es immer mehr. Wir müssen halt nur einen vorbereiten, während der zweimal gespielt wird dann. Genau, also es gibt quasi 60 Titel. Die sind aus den Festplatten, die kommen dann hier in der Region Mannheim wieder an. Genau. Und wir haben ja natürlich schon, während wir dort, während wir geprobt haben, haben wir schon so einen Sound ein bisschen in die Richtung Sound, ein bisschen festgezurrt. Wir proben immer in der Session. Es ist quasi eine Pro Tools Session auf und da wird schon auch bei den Proben irgendwie so ein bisschen machen wir schon ein bisschen Sound Shaping. Ja. Es ist schon klar, wo die Reise hingeht. Also bestenfalls, also es passiert auch tatsächlich manchmal, dass ein Mix kommt und der Mischer einfach mal loslegen wollte und mischt und dann sage ich, wo ist das Gefühl jetzt hin, das ich eigentlich hatte? Und dann höre ich in den Rough Mix von den Proben rein und dann kann ich sagen, hey, der Rough Mix war eigentlich schon voll da. Da würde es gar nicht so weit laufen müssen. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir schon, wir haben einen Bandsound und der wird eigentlich, da wird nicht mehr so viel geshaped oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt muss man aber irgendwie das so klingen lassen und die Trompete soll jetzt irgendwie nach Saxophon klingen und umgekehrt. Sondern das, was wir da machen, möchten wir einfach nur dann noch gut klingt haben. Also bestenfalls die Regler so hochschieben und dann sollte es schon gut klingen. Aber es sind 60 Songs, drei Leute mischen und du super weißt oder wie, was ist da deine Funktion danach? Du kriegst die Sachen und sagst, nee, es war vorher geiler. Richtig, genau. Nein, ich sitze dann wirklich da und ich, also ich bin im Prinzip, ich bekomme die Mischungen und dann sage ich, wie die Mischung sozusagen, was gut ist, sage ich natürlich auch mal. Aber bei 60 Titeln fängst du an, irgendwann aufzuhören, zu sagen, was gut ist und dann sagst nur noch, was du anders haben möchtest. Wie in der Ehe. Genau, nein, genau, halt, das müssen wir rausschalten. Nein, man tut auf jeden Fall, ich habe ja ein Gefühl, ich habe auch ein Gefühl für die Künstler, da geht es eigentlich viel drum. Also es gibt mein Gefühl, wo ich sage, okay, wann passiert diese Gänsehaut oder wann habe ich dieses Gefühl von Yeah, Excitement und ich habe aber auch noch im Hinterkopf, dass ich natürlich in dieser Zeit des Zusammenseins in der Probe, im Vorhertreffen und in Südafrika, habe ich schon ein Gefühl für den Künstler bekommen und ich habe mich mit denen auch viel unterhalten. Es ist ja nicht so, dass wir dann quasi nur diese drei Minuten zusammen sind und dann sind wir wieder weg, sondern wir lernen eigentlich, wir alle lernen alle Künstler dann auch kennen und können, verbinden uns mit denen, stellen fest, dass man Überschneidungen hat, stellen fest, hey, der steht auf die und die Musik, der steht auf die und die Musik oder der findet gerade den und den Künstler super. Und dann guckst du mal und man hat halt so ein Gefühl und das funktioniert tatsächlich verheerend gut. Das ist interessant, weil in den Tagen, wo wir, wo die Künstler zu uns kommen, in den Proberaum oder ins Studio, da entsteht ja schon so eine, man muss sich ja relativ schnell kennenlernen. Also man macht ja zusammen Musik und man lässt so ein bisschen die Hose runter auch. Der Künstler muss natürlich auch so ans Mikro das erste Mal und muss dann da rein singen mit einer Band, die er nicht kennt. Das ist ja auch immer erst mal so, oh Gott, mögen die das jetzt oder mag ich das jetzt? Wie ist denn das überhaupt? Das ist ein interessanter Moment, aber innerhalb von zwei, drei Stunden oft oder weniger hat man so das Gefühl, jetzt sind wir voll im kreativen Prozess. Jetzt ist auch alles andere dann weg. Es geht ziemlich schnell. Weil ihr aber auch ein geiler Haufen seid, muss man sagen. Ihr holt die alle immer super ab, weil keiner kommt da rein und denkt sich, ich habe noch nie den Blick gesehen von, und das bin ich aber sehr froh drum und das wird auch weiterhin nicht passieren, den Blick eines Künstlers, der sich denkt, was ist denn das jetzt für ein Idiot, der das gerade gesagt hat? Das gab es nie, sondern die sind alle mit einem äußersten Respekt vor uns und wir sind mit äußerstem Respekt vor ihm. Und deswegen entsteht innerhalb von 30 Minuten da so eine Vertrauensbasis, die wahrscheinlich sogar eine Band, die seit 20 Jahren zusammenarbeitet, nicht hat, weil wir sehr egobefreit, sage ich mal, aber fachlich hoch, gut ausgebildet und aber auch geschmacklich gut ausgebildet sozusagen Sachen anbringen. Die merken ja relativ schnell, dass das kein Blödsinn ist, dass du nicht irgendwie sagst, hey, ich würde ganz gerne diesen Lauf hier spielen, weil ich habe ihn jetzt seit 14 Tagen geübt und den kann ich jetzt richtig gut. Sondern es geht eigentlich immer nur darum, was kann ich machen, damit ich es fühle. Also das ist ja ein blöder, das sagen wir es ja nicht mehr, aber hey, ich fühle es jetzt und das darum geht es. Und man merkt, dass die Künstler dann, also es ist ja auch klar, unsere Herausforderung, die wir seit zehn Jahren so haben mit den Künstlern, dass wir sagen, okay, wir wollen die so schnell wie möglich zu uns ins Boot holen, dass sie sich wohlfühlen und dass die einfach so sein können, wie sie sind und da keine Hürden oder Grenzen irgendwo wahrnehmbar sind. Vielleicht ist das was, was wir auch mit der Zeit so, wir konnten es glaube ich von Anfang an schon ganz gut, weil der Haufen irgendwie stimmig war, aber man hat irgendwie noch mehr Gefühle dafür bekommen, glaube ich, immer mehr im Laufe der Jahre, wie wir wirklich schnell uns da wohlfühlen wollen. Ja und auch was vielleicht funktioniert, ohne jetzt zu sagen, wir packen nur noch Klischees aus, aber es gibt natürlich, du sagst im ersten Jahr, da wurde ganz schön viel rum experimentiert an allen Ecken und Enden, nicht nur harmonisch, sondern auch in allen anderen Arrangement-Themen auch und mittlerweile weißt du so ein bisschen, das macht gar keinen Sinn, sowas zu machen. Ich weiß das auch, bestimmte Dinge müssen wir Bläser gar nicht mehr anbieten, weil das hat in diesem Kontext nichts verloren oder speziell auch vielleicht bei dem oder bei der Künstlerin nichts verloren. Und das ist halt, man spart Zeit dann, ne? Genau, es ist alles ein bisschen, eine Erfahrung ist in der Stelle ein bisschen effektiver geworden, aber trotzdem haben wir uns, wie du sagst, so ein bisschen die Spielwiese erhalten. Es ist ja nicht so, dass man einfach Dienstag Vorschrift macht, sondern es ist immer noch, immer so eine Art, wir exploren jetzt gerade, was ist jetzt hier gerade möglich mit dem Künstler? Ich glaube, das ist auch der Treibstoff eigentlich von dem, was wir da machen und von der Band-Konstellation, die wir haben. Mit diesem Grosche Eleven ist eigentlich, wenn man das zusammenfassen würde, ist es für mich, und das ist auch so eine, das macht mich immer total glücklich, wenn ich mit euch zusammen bin, dass ihr jedes Jahr mit einer neuen Neugierde kommt. Also quasi, ihr habt immer ein neues Steckenpferd, so ein bisschen. Weil ich jedes Jahr ein neues Paddleboard habe. Das wollte ich jetzt quasi als Beispiel nicht sagen, aber nee, genau darum geht's. Also im Prinzip ist es eine Neugierde, weil du sagst, hey, ich habe neulich mal was gehört und das hat mich total angefasst im positivsten Sinne. Und ich wollte das irgendwie, sowas würde ich ganz gerne mal machen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, ich kann jetzt irgendwie die Nylon-Gitarre spielen, ohne dass ich die Griffgeräusche habe, sondern es geht einfach darum, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie rausgefunden, dass ich, wenn ich den Low-Cut eigentlich da hinsetze, dann klinge ich an der Stelle genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und das hättest du dir vor vier Jahren gesagt, wieso soll ich das denn beschneiden? Die Gitarre klingt doch so. Und das ist aber emotional, macht's was, wenn du eine Gitarre beschneidest an der Stelle. Und genauso ist es hier bei euch im Keller, dass ihr quasi gesagt habt, hey, es gibt so oft so geile Bläsersachen, wo wir einen Effekt eigentlich drauf bräuchten. Und wir quasi von der Tonabteilung, in dem Moment, wo das passiert, weil wir ja innerhalb von zweieinhalb Stunden ein Arrangement quasi dann da nach vorne treiben müssen, hat die Tonabteilung oft gar keine Zeit, sich so viel Zeit damit, oder die Zeit, die du schon da reingesteckt hast und sagst, ey, es gibt bestimmte Musiken, die haben einen Plate Hall, es gibt welche, die haben einen Spring-Reverb drauf und sowas. Und jetzt ist es quasi bei euch gelandet, sozusagen. Ihr habt jetzt ein eigenes Paddleboard, also ein Paddleboard overall. Und da sind alle neugierig. Und der Bassist kommt jetzt auch immer mal mit einem neuen Bass an oder mit irgendeiner neuen Spielweise. Oder er sagt, ich habe mal was gehört und das soll dann mal einfließen. Manchmal sagt man ja gar nicht, ich habe da was gehört, sondern da kommt was um die Ecke geflogen. Ich denke mir, hä? Wovon ist das jetzt her? Und das kann ich einfach nur benennen mit, das ist einfach Neugierde. Und keiner von uns bleibt stehen. Und auch im elften Jahr ist keiner so runtergerockt, dass er sagt, ja, ich spiele da jetzt eine Strumming-Gitarre, hat ja schon immer funktioniert. Sondern ich spiele jetzt gerade die Strumming-Gitarre nicht, weil ich glaube, dass ich an der Stelle eine ganz andere Tür aufmachen werde, wenn ich jetzt in dem Moment eine E-Gitarre spiele, die gelow-cutted ist und eigentlich nur Single-Notes spielt. Und jeder sagt, aber eigentlich müsste da jetzt die Strumming kommen. Ja, warte mal ab, ich probiere es jetzt mal aus. Und dann sitzen alle da und haben solche Augen und denken sich so, das war die Wahnsinns-Idee. Von jedem kommt immer mal eine Idee, wo du sagst, das rettet einfach den Song dann auch. Und das rettet auch das Arrangement. Ja, also es gibt viel Spielraum für jede einzelne Handschrift, die jeder so mitbringt. Weil ja auch, wie gesagt, schon jeder so ein bisschen so ein Nerd ist und auch selber viel schraubt und so. Aber das Schöne ist ja auch, jetzt du als musikalischer Typ, der die Vogelperspektive hat, der kennt seine Leute auch irgendwann so. Du weißt auch, okay, von dem könnte das kommen, von dem kommt das und so. Ich weiß auch, wo ich die Türen auflassen kann und wo nicht oder so. Und du hast ja immer Zeitdruck. Das ist ja eigentlich auch so ein Ding, dass du ja am Ende, am Ende hängt es an dir. Du musst am Ende das abliefern an die Produktionsfirma. Und ist das nicht manchmal, also wie gehst du mit dem Druck um, wenn du merkst, okay, wir haben jetzt noch einen Song, aber wir sind noch nicht da und die Zeit läuft ab. Der Künstler muss vielleicht sogar weg, weil er... Die Liga geht um sechs und wir haben 15.30 Uhr. Nee, es ist 17 Uhr. Das hatten wir auch schon oft, dass es dann an dir hängen bleibt und du hast so das Gefühl, okay, wir müssen das Ding jetzt eintüten. Oh, viel atmen. Also ich atme wahnsinnig viel während dem Proben, wenn sowas passiert. Also tatsächlich so, ich sitze dann da und atme und mache mir so Gedanken. Das ist ja, du hast es ja auch schon mal, es gibt ja quasi eine Karikatur von mir, von dir. Und ich mache mir halt viel Gedanken darüber, dass ich, also es geht sich am Schluss aus, wie der Österreicher sagt, oder es geht sich aus. Es geht sich aus, der Bayer sagt es auch, ja. Genau, und es ist, manchmal gucke ich auch Fragen in den Raum, in der Hoffnung, dass irgendwas zurückkommt. Und es kommt auch eigentlich zu 80 Prozent, wenn ich Hilfe suche. Das ist ja das, was ich auch manchmal sage, dieses Jahr habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt, weil ich es schon für selbstverständlich halte, aber ich soll das immer wieder sagen, das Bild von, wir reiten alle zusammen los und wenn einer vom Pferd fällt, dann reitet bitte nicht alle weiter. Dann reitet bitte nicht alle weiter, sondern einer, irgendjemand muss anhalten, den anderen mal mit, mit, wieder mit aufs Pferd helfen und im Zweifelsfall aufs eigene Pferd, wenn sein eigenes nicht mehr geht sozusagen. Und das ist das, was es ausmacht in der Bandkonstellation, dass einer auch sich mal zurücklehnen darf. Es müssen nicht immer alle den Motor auf 90 bis 100 Prozent fahren lassen, sondern manche können auch einfach mal die Vogelperspektive, die du oft hast, weil es natürlich nicht 100 Prozent Bläsersongs gibt, sondern es gibt Tage, wo wir Titel machen, wo ihr auch trotzdem da seid und keine Bläser drin sind und ihr dann auch mal was sagt und sagt, hey Markus, hast du dir doch nicht mal überlegt, das und das zu machen. Und gegenseitig wir uns immer ein bisschen einen Impuls geben. Aber der Druck als solcher, dass es dann zu Ende wird, ist immer, ich frage mich dann, das ist so ähnlich, wie wenn man Songs schreibt, dann frage ich mich auch manchmal, wo kam es denn dann her? Und manchmal ist es Fügung, Glück oder es ist halt einfach, es ist so ein Druck, der dann eben aus dieser Kohle vielleicht sogar einen Diamanten macht. Weil es ist dann schon so, dass du dann da sitzt und du bist dann da und dann gibt es aber, es ist meistens nicht von innen heraus, sondern es ist oft, das ist dieses morphige Cross-11-Gewebe, das da passiert. Weil das ist nämlich so, dann kommt von der Seite irgendwas und dann denke ich, okay, alles klar. Der hat zwar gerade was ganz anderes gesagt, weil er hat irgendwas von dem Viertelbass gesagt, den er spielen will am Bass. Aber über die Viertel bin ich auf das und das gekommen und lass uns mal kurz das ausprobieren. Weil ich glaube, dass der Künstler danach sagt, jetzt ist es geil und ich auch selber glaube, das ist der Weg. Ja. Weglassen ist manchmal auch das. Also es gibt mal so eine kleine Sache, wenn ich sage, okay, wenn man die Trickkiste, in die man greift, ist manchmal die Trickkiste, dass man weglässt. Dann funktionieren manchmal die Sachen viel, viel besser. Weil man dann einfach das eine, was geil ist, laut macht und nicht probiert, irgendwie fünf Sachen, die einigermaßen geil sind, hörbar zu machen. So. Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Wie lange ist dieser Prozess nachher? Der Mix. Habt ihr drei Wochen Zeit? Vier Wochen, wie ist es ungefähr? Ich glaube, fünf. Fünf Wochen Pi mal Daumen für 60 Titel. Ja, oder vier. Und wir arbeiten immer so, wir wollten nine to five dieses Jahr machen, das hat wieder nicht geklärt. Nein, es ist nine to six, einfach so. Okay, und dann kommt die Sendung, beginnt so Ende Mai, Anfang Juni meistens irgendwie, oder? Also diese Ausstrahlung? Ende April. Ende April schon? Ah, okay. Ende April. Das heißt, die quasi Deadline ist irgendwie Mitte April, so ungefähr ist für euch immer so eine... Ja, wir haben verschiedene Deadlines. Wir haben eine Deadline für die erste Sendung zum Beispiel, die muss halt früher fertig sein als alles andere. Dann ist es so, dass in Zeiten von Spotify die Sachen dann auch gemastert sein müssen schon. Das heißt, wir mastern quasi das Album schon on the fly, schon die ersten zwei Folgen, weil die halt, das Album kommt zur dritten Folge raus, damit die Leute einen gewissen Aha-Effekt natürlich auch haben. Gibt man quasi, das gibt es, normalerweise wird auf Spotify ja alles am Freitag veröffentlicht und Sing My Song hat quasi eine Sonderstellung, weil der wird nämlich am Dienstagabend veröffentlicht. Ja, zur Sendung. Zur Sendung quasi, ich weiß nicht genau, weil ich habe das nie gecheckt, ob es jetzt um 20.15 genau rauskommt oder wie es ist. Und dann ist es im Prinzip so, dass wir dann eben im Prinzip, wenn es zu dritten, also wie, wenn die erste Sendung kommt, da sind wir quasi eigentlich fertig mit allen Titeln, die auf der CD sind. Zur dritten Sendung hin? Nee, zur ersten Sendung, weil dann drei Wochen bevor es rauskommt sozusagen in den Laden oder auf Spotify, dann ist die Vorlaufzeit, die die brauchen, um alles einzupflegen. Okay, und dann ist Sommer und Herbst und dann beginnt die neue Staffel. Und das wäre jetzt die nächste Frage. Wann ist die neue Staffel? Nee, wer macht mit? Wer ist denn eigentlich dabei? Nee, aber vielleicht, also ohne Namen zu nennen, das weiß man natürlich noch nicht jetzt zu dem Zeitpunkt, aber du bist derjenige, der das als Erster vielleicht miterfährt, welche Leute potenziell im nächsten Jahr wieder dabei sind. Ja, exakt. Aber wann beginnt für dich dann wirklich die Beschäftigung damit? Wann hast du die ersten? Ende Oktober. Ende Oktober stehen die ersten Namen oder stehen dann schon alle Namen? Da stehen alle Namen. Okay, Ende Oktober und dann triffst du dich auch schon? Genau, dann trifft man sich relativ zügig mit denen. Okay, und ab Januar sind wir dann mit der Band am Start, das heißt, dann ist ja auch noch Weihnachten, der Dezember ist immer sehr kurz, also das ist nicht wahnsinnig viel Zeit, wo du die ersten kreativen Gedanken... Nee, wenn man sich zusammen im Kopf sozusagen zusammen nimmt, das sind sieben Künstler und ich treffe mich mit denen zwei Tage, das heißt, das sind schon mal 14 Tage. Im Herbst, Winter passiert das quasi. Genau, und dann brauchst du natürlich immer so ein bisschen, weil wir uns ja schon viel überlegen, ist es immer gut, wenn so ein, zwei Tage dazwischen sind, damit ich mich wieder refreshe, aber meistens ist die Neugier so groß, dass ich auch zum Beispiel dieses Jahr hatte ich auch ein paar Wochen, wo dann zwei Künstler pro Woche da waren und das ist dann, geht dann auch gut. Man ist dann, man kriegt so ein bisschen so ein, ich sag jetzt mal so ein Arrangement High. Ist dann so, wow, was können wir noch machen und dann ist man natürlich, man fliegt durch tausend Musikstile und freut sich. Das heißt, für dich ist eigentlich kopfmäßig bist du ab Ende Oktober drin und dann geht's eigentlich bis April. Ja, also November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Eigentlich ein halbes Jahr Minimum bist du drin. Also ich arbeite quasi im Prinzip seit elf Jahren ein halbes Jahr dafür, das heißt, ich arbeite seit fünfeinhalb Jahren. Ausschließlich für Segmente. Ich habe dieses, was man in der Musikbranche als Monokultur ganz schlecht, das habe ich erabliert für mich. Ja, aber du machst ja auch andere Sachen, du machst ja dann im Sommer zwangsläufig seit elf Jahren ist der Sommerzeitraum früher. Frühjahr-Sommer ist für den Frühjahr eigentlich nicht mehr. Darf ich mir quasi dann, da verpicke ich mir quasi dann ein, meistens ist es ein, ich habe noch das Glück, meistens ein Projekt zu haben, was ein bisschen größer ist. Das ist das Schöne dran. Also weil ich einfach die, auch über Singmann Song, auch über die Zeit vorher, aber über Singmann Song so viele Künstler kennengelernt habe, die sich, es gab Künstler, die haben sich auch auf euch verlassen. Die haben euch quasi mit ins Boot genommen. Wolfgang Niedecken, wo du jetzt mitspielst, bei Bab, ihr beide bei Gregor. Milo, Milo hast du jetzt quasi ja auch Produktionen mitgespielt, wo auch meine Jungs, die, ich meine nicht, Dominik, Mario mitspielen. Und da kommen halt irgendwelche Synergien zustande oder Anrufe, die einfach Zeit gebraucht haben. Also zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren habe ich dann den Anruf von Sascha bekommen und mit Sascha habe ich quasi ab der ersten Staffel, wir waren fertig und er hat mich danach angerufen und hat gesagt, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich meine, ich liebe dich auch, ich will auch mit dir zusammenarbeiten. Aber es hat sich nie ergeben und dann waren wir irgendwann an irgendeiner Stelle, ach genau, wir waren beim Bundespräsidenten gemeinsam und haben für den gespielt und das ist auch noch was, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, was ja schön war, immer mit einem Künstler bei Weihnachten mit dem Bundespräsidenten, mit einem Orchester spielen dürfen und da hat er gesagt, ich habe so eine Idee, ich habe jetzt irgendwie Bühnenjubiläum und ich würde ganz gerne alte Songs von mir ein bisschen neu machen, also traditioniert das, was ich sozusagen mache, aber im Stile von der ersten Staffel ein bisschen, also alles handgemacht, das heißt echte Musik, echte Musiker, nicht echte Musik, sondern echte Musiker, die was spielen und dann wird im Prinzip so ein Kroner Album gemacht, das heißt ein bisschen Las Vegas, ein bisschen Big Band, ein bisschen Bossa Nova und so. Total stimmig für ihn geworden, ich finde es mega gut. Ich finde es tierisch, ich finde es auch tierisch, dass man mit, dass man eine Big Band dastehen kann mit, keiner Big Band. Nein, aber es ist auf jeden Fall, es war ein Riesenspaß, das zu machen und es ist natürlich auch wahnsinnig schön, wenn halt durch die Zusammenarbeit, wo du halt schon was gemacht hast, was ja schön war, was viele Leute erreicht hat, der dann, der Künstler dann sagt, es hat mir gefallen, mit euch zusammenzuarbeiten und ich weiß, dass du eine geile Truppe hinten dran hast, weil letztendlich buchen die ja nicht nur mich, die buchen auch meine Infrastruktur. Die wissen, dass ich gut klinge, ich klinge aber auch nur gut, also wenn es im Zusammenhang mit Sing My Song war, klinge ich halt auch nur gut, weil ich diesen Klangapparat hinten dran habe, der ihr seid. Sehr, sehr nett, dass du das sagst, aber es ist ja ein Geben und Nehmen, absolut. Also das ist eigentlich auch für mich die, du hast es glaube ich eben mal ganz kurz erwähnt, ich glaube, dass du das zulässt von vornherein auch wolltest, dass du nicht nur von oben herab auf obturierst, hier sind Noten machen und bitte nichts sagen und ich will jetzt, du musst ein Single-Call spielen, sondern dass du das zulässt, dass du das explizit wünschst an manchen Stellen und aber in den Momenten, wo einfach, jetzt haben wir keine Zeit mehr oder nee, das ist jetzt nicht zielführend, jetzt machen wir es so, wie ich es meine. Das ist so eine wunderbare, ein Geben und Nehmen letztendlich und ich glaube, dass das, du hast gesagt, der Sprit ist, warum das Ding immer wieder funktioniert, zumindest in unseren Augen, nach unserem Gefühl. Und das ist auch, kann ich auch persönlich für mich sagen, das ist einfach immer wieder, man hat, man kann sich selber immer wieder kreativ anzapfen, man hat Bock, sich kreativ einzubringen. Das ist ein Unterschied als im Vergleich zu manch anderer Produktionen, wo man entweder nicht die Zeit dafür hat oder... Oft ist es die Zeit, die halt fehlt. Genau. Das ganze Konzept von Singman Song ist, dass wir uns die Zeit nehmen dürfen. Ganz genau. Und das ist das Schöne dran und das ist auch, manche Sachen tut man erst in der Retrospektive halt richtig, kann man die richtig einschätzen und auch schätzen lernen, weil man einfach sagt, was wäre denn gewesen, wenn ich von Anfang an alles aufdoktoriert hätte, selbst mit den Künstlern zusammen, dann wären wir spätestens nach der vierten Staffel, wäre uns der Sprit ausgegangen, weil es einfach immer gleich geklungen hätte. Und so ist es so, dass wir dann einfach, ich meine, letztendlich, guck dir die 500 Titel an. Ich wollte gerade sagen, wie viele sind es jetzt, kannst du es ausrechnen? Mehr als 500. Ja, es sind auf jeden Fall mehr als 500. Mit den Weihnachtssendungen, die ja auch stattgefunden haben. Ja, man muss immer überlegen, ist es jetzt nur das Arrangement? Also wenn es nur die Arrangements sind, dann könnte man sagen, es sind ja 42 eigene Titel immer pro Sendung. Und die anderen sind vom Künstler, die Singles. Sind vom Künstler, die Singles. Aber selbst da haben wir ja oft noch mitgedoktert sozusagen. Aber wenn man dir nur die 42 nimmt, dann machen wir 42 mal 11. Ja. Und dann haben wir noch die sechs Weihnachtsfolgen, was sehr schade ist, dass es nicht mehr stattfindet. 14 Weihnachtsfolgen, das glaube ich. Ja. Aber gut, also weit über 500. Es sind glaube ich 600 mittlerweile. 600, ja. Und das ist halt, und das ist mittlerweile so, dass du, also es gibt auch oft Leute, die halt, man wird ja auch oft angeschrieben. Also nicht so oft, dass es sich lohnen würde, ein Buch zu machen. Aber es kommen oft Leute, die halt sagen so, hey, wie habt ihr das da, gibt es da Noten dafür und so. Wo man sich auch denkt, ey, das wäre eigentlich echt mal geil, wenn man so eine dicke Schwarte macht. Sing mal einen Song. Die Arrangements. Ich kriege tatsächlich auch immer mal wieder Anfragen von irgendwelchen Bands, sei es jetzt Hobby oder sogar auch Profi-Cover-Geschichten oder so, die dann sagen, ey, könnt ihr mal die Bläsernoten rausrücken. Ich muss leider immer Nein sagen. Das muss man auch mal sagen, weil es natürlich einfach rein rechtlich nicht geht. Egal, ob das mal eine Nummer ist, wo ich selber die Bläser geschrieben habe, sonst kommt es von dir oder von anderen Leuten. Aber es ist nun mal im Rahmen der Sendung entstanden, deswegen können wir diese Sachen nie rausgeben. Im Prinzip ist es so, wir sind ja beauftragt von einer Firma und das ist im Prinzip eine Rechteübertragung und da muss man quasi, das ist sozusagen, da ist die Grenze und man verkauft quasi sein, nicht sein, sein geistigen Eigentum verkauft man nie, aber man darf es halt nicht quasi... Die Nutzungsrechte liegen woanders einfach. Genau. Jetzt sind wir, es gibt noch viele, viele andere Dinge, aber wir sind schon für unsere Verhältnisse sehr weit über... Ich würde sagen, es muss aber zusammenschneiden auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden wir feststellen, dass ich immer hier hingeguckt habe. Aber ich habe ein unheimlich gutes Profil. Kann man alles mit AI, kann man das so... Hindrehen. Dein Gesicht wird komplett ausgetauscht. Das ist dann Quincy Jones. Ja, ist das sehr gut. Wir treffen uns einfach wieder. Ja, wir treffen uns wieder und reden dann über alle anderen Dinge. Oder vielleicht auch spätestens über die nächste Staffel, die dann kommen wird. Wer ist da dabei? Weiß man noch nicht. Also es ist Miep und Miep und Miep und was hier? Nein, erstmal schauen wir natürlich, heute ist nämlich Dienstag, heute Abend ist die Echo-Show. Aber so schnell können wir gar nicht das jetzt schneiden. Genau, das wissen die Leute nicht. Heute war die Echo-Show. Heute war die Echo-Show, aber nächste Woche, vielleicht schafft ihr es ja bis dahin schon zu veröffentlichen. Doch, das kommt jetzt am Freitag raus. Okay, also wenn es am Freitag rauskommt, dann schaltet ein am Dienstag, wenn es heißt Joy Denalani. Richtig, genau. Und die Singmann-Song-Mann und alle anderen kennst du natürlich auch. Nee, stimmt nicht. Kommt erst in zwei Wochen. Ihr habt dann Joy Denalani schon gesehen. Okay, dann habt ihr die Chance, jetzt noch die Duette-Sendung zu sehen. Wenn wir das nicht schaffen, nächstes Jahr gibt es eine neue Folge vielleicht, hoffentlich. Aber man kann alles auf RTL plus mittlerweile auch kostenlos gucken. Oh, das ist eine Neuerung. Ja, das ist eine Neuerung, weil ich glaube, es geht ja darum, das lineare Fernsehen jetzt zu Grabe zu tragen. Nicht, aber es gibt natürlich immer weniger Leute, die auch ein Fernseher zu Hause haben, bei dem sie aktiv einen Fernsehsender empfangen, sondern alle gehen eigentlich ins Internet und gehen auf RTL plus. Und wenn du da jetzt nicht Mitglied bist, war das bis jetzt immer so, oder nicht ein Monatsabo hast, dann konntest du es eigentlich gar nicht angucken. Und jetzt kannst du es angucken, musst du halt diesen Werberattenschwanz vorne zu Gemüte führen, der da gezeigt wird. Und dann, aber wenn du quasi für 8,99, kannst du dir das quasi kaufen. Ja, man muss ja auch sagen, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, auch so eine Sendung, wir reden ja immer über Musikbusiness, wie sich das alles entwickelt, CD-Verkäufe gehen in Keller Streaming, hat mittlerweile über 80 Prozent des Musikbusiness, also der Einnahmen sind nicht mehr physisch über CD-Verkäufe, sondern über Streaming. Das wird so weitergehen. Und Fernsehen hat eigentlich das gleiche Thema, wie du sagst, lineares Fernsehen findet in der Form abnehmenderweise kaum noch statt. Dementsprechend auch da geht es da hin und so eine Produktion wie Singmann Song ist natürlich relativ aufwendig, also sehr aufwendig, sehr kostspielig. Und vor elf Jahren war das dann ein schneller Erfolg, von dem keiner so krass erwartet hatte, dass das stattfindet. Und es wurden aber noch wahnsinnig viele CDs verkauft damals, sodass da auch wahrscheinlich über Werbeeinnahmen, über Zuschauerzahlen und CD-Verkauf natürlich eine ganz andere Budgetmöglichkeit da war. Und jetzt sind wir im elften Jahr, das Business hat sich sehr gewandelt. Und wir sind immer noch da. Und wir sind immer noch da. Und das ist nämlich geil, dass der Sender, die Produktionsfirma nach wie vor richtig Bock haben und das als Reputationsprojekt so ein bisschen auch sehen. Ja, und es ist ja auch letztendlich eine, also es gibt ja jetzt nicht so viele Menschen, die das nicht kennen in Deutschland. Das ist wahrscheinlich wahr. Also sage ich mal, alle unter 30, da wird es vielleicht ein bisschen mau, aber alle über 30 kennen es eigentlich. Und haben auch verstanden, dass es keine Show ist. Ich kann kaum noch in den Supermarkt gehen. Sind Sie nicht der Typ, bei dem der Pick-up immer brummt? Wenn das Licht angeht. Ich habe da was gesehen. Das hat also Tom wohl nicht rausbekommen. Es kommt so nichts mehr seitdem. In diesem Sinne, wir danken dir, dass du da warst. Danke schön, für die Einladung. Dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden, gemeinsam. Ja. Wir freuen uns auf die nächsten Staffeln. Und was machst du in diesem Sommer? Hast du schon ein Projekt anstehen? Ja, nichts. Tatsächlich mal nichts machen? Nee, das stimmt so nicht. Wir haben hier einen Teammoder, der auch auf Hochzeiten spielt. Nein, ich habe dem Universum zu oft gesagt, dass ich mal nichts machen möchte. Ja. Tatsächlich. Und das ist bei mir, das funktioniert so ein bisschen mit, was ist das? Affirmation. Ja. Und ich habe quasi das ein bisschen dann doch, es kam dann überraschend, dass nichts ist. Ja. Also es kam natürlich jetzt doch ein bisschen was rein und Anfragen hier und dort. Aber ich halte mir quasi den Weg jetzt ein bisschen frei. Was du jetzt nicht weißt, der erfolgreichste Künstler in Nordamerika heißt Nichts. Wird sich jetzt wahrscheinlich bald bei dir melden. Ich mache tatsächlich ein Solo-Album. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte das jetzt nicht vorwegnehmen. Jetzt hast du es selber genannt. Ja, genau. Zu wissen irgendwann später, wie er Klavier gespielt hat. Und das passiert bei uns zu Hause, dass ich mich ab und zu hinsetze. Als Meditation setze ich mich hin und spiele etwas, das kommt von da und geht da hin. Es findet einmal statt und ist dann nie mehr da. Und die Momente will ich festhalten. Also so eine Improvisation. Also letztendlich ist es am Schluss eine Improvisation. Und ich setze mich dann jetzt ein bisschen ausführlicher hin und mache quasi aus diesen Improvisationen kleine Stückchen. Und letztendlich ist es eigentlich nur ein Familienalbum. Das ist ein geiles Konzept. Ich finde die Idee super und ich bin sehr gespannt, wie das klingen wird. Und ich glaube, dass die Leute das auch total interessiert, wie der Typ klingt, der sonst immer da hinten hinter der Burg sitzt und lächelt. Ja. Und wie das, das kann, glaube ich, sehr persönlich werden. Ich finde es sehr spannend. Wir freuen uns. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Tschüss. Hat einen schönen Sommer. Danke für die Einladung auf jeden Fall.